herzlich willkommen zum community day er muss zwischendurch noch einen schluck trinken wir haben ganz damals getrunken herr stecken und befeuchten ja heute ketten sägen massaker holzfälle extreme hast du nicht gesehen mitten hilde und patrick moin moin an meine zuschauer heute holz mit euch mit mittel das klappen gerade so scorpion flow hi matthias fink hi in die video beschreibung reingehen ms drücken oder ts drücken raufkommen auf den ts dort werdet ihr kurz eingewiesen wie ihr mods auf dem server und 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 dann ab ab die post hier bei uns rein in den channel und dann geht's los dann starten wir komplett den mitspieler livestream bei der chaoten army night horse moin so solange bleibe ich hier noch im lkw sitzen und schaukel mir die eier aber ich werde mal hier so ein kipper nehmen wir müssten dann ja rein theoretisch haben wir noch gar nicht gesagt pacific inlet logging heute die karte nur zum holz fällen nix anderes aber wirklich nix anderes beate moin hier beate das täschchen ist heute von dir angekommen muss ich ja mal rein halten da ist es auf der rückseite alle chaoten drauf 1 2 3 4 5 sind wir schon so viele und der sechste hier vorne dran ich trinke nicht aus dieser tasse ich stelle sie mir auf jeden fall in die vitrine deswegen heute mit dem anderen becker becher unterwegs hier das zucker braut hi gleich am start schnell noch mods runterladen sehr schön rein in ts da sind die mods drauf am besten ihr kommt alle und das ist das einfachste erst in den ts in den channel in den ihr da rein geworfen werde beim joinen seht ihr rechts in der channel beschreibung alles alles was ihr wissen müsst so not ist noch der martin da der weiß euch kurz ein und dann könnt ihr auch sofort mitmachen ganz einfache sache hier soll ich würde mal gucken von hier unten können wir entweder zu standpunkt nummero sechs oder zu nummero zwei fahren wir haben ein riesen fuhrpark dorthin gestellt ich zeige euch das mal einmal kurz hier unten für die abfahrer für hackschnitzel für langholz und so weiter und so fort hier oben und zwar order lake auf dem platz nummero 2 ein paar traktoren häckselgeräte anhänger stumpf bearbeiter wie sie alle heißen mobiles fast zum tanken scorpion kings stehen hier zu und auf platz nummero sechs noch mal fast das gleiche auf der höhe stehen da könnt ihr euch entscheiden wo ihr dann anfangen wollt oh hilde licht schon los ja ich werde auf jeden fall jetzt erstmal ein lkw nehmen für den sattelzug patrick nimmt auch ein patrick ich fahr dir hinterher du warst ja gestern schon ein bisschen auf der karte unterwegs oder oder legen los so eistee moines denn chris ich weiß von nichts ich hatte ja keine eigentliche ach so ach ich dachte weil du gerade unten im channel schon besser denn wir müssen rechts die straße hoch oder wo wolltest du jetzt hier jetzt hatten und dreher gemacht irgendwie die weil du jetzt gerade nach wie fand schon richtig hoch abholst du zu hilde nicht auf auf platz nummero 2 weiß ich nicht wo man denn 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 gut dann fangen zu hilde hoch denn machen fangen wir erst mal da arbeiten wir uns runter hilder hat bestimmt schon ein plan oder hilde ach da siehst du martin geht doch los das war die einweisung im übrigen gerade live ja du kommst auch gleich hoch läuft doch auch mal noch keine einweisung das geht auch so aber das ist nett das ist nicht danke dir okay hier kannst du jetzt nicht mal eben abkürzen ne würde ich sagen ja keine karte für ollie moin matthias wer fällt ein korsten karmt moin herzlich willkommen und viel spaß du wie lange macht ihr heute eistee heute geht das den ganzen tag den ganzen tag bis mir irgendwann die glotzkorken zufallen oder ja ich glaube ich habe glück und meine tochter löst mich nachher auch mal ab dass ich wenigstens mal kurz was essen kann die ist zwar erst neun aber das kriegte ich ja auch schon hin das ist ein holzfäller oh halt 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 für dich schon danke ist da noch ein scorpion king hier auf diese ecke oder ja nö greife ich mir jetzt auch ein ich fahr mal kurz rechts an dir vorbei kommst du dich ja hilde mal ein bisschen ärgern hier na ja soviel zum schulterblick ne haben wir wieder nicht gemacht ich hab ich hab den vergessen ich werde die gurke mal kurz hier an die ecke stellen moment was mach ich denn hier als eingefleichter kraftfahrer ne da werden wir ja wohl hinkriegen hier so einen lächerlichen 40 tonne obwohl bei solchen sachen machen die das ja auch mal gerne wenn die rüben laden den überladen die gerne die fahren mal locker mit 70 tonnen durch die gegend tschüss patrick ja berg runter weg chris das ist doof da ja ich würde ich würde sagen dass patrick sich da hinten hinstellt also in den wald ich fange denn hier unten an telefon moment brunhilde wahrscheinlich meine frau ich nehme wetten an wenn ollie den ersten kipper in sumpfer sinkt mein post ich mache mit und was wollen wir wetten ein 10er nicht wegen knete sondern wie lange braucht er auf dieser karte um das ding das erste mal zum überschlag zu bringen da mache ich mit da werde ich auf jeden fall mit der hier von alleine spinnte da wollen wir erst mal ja ich komme mit hin wir können zu zweit ich muss mich erst mal mit meinem arm hier das ist drehen ok konnte denn nicht mal den dings arm ausfahren moin jenny und ich bin wieder da bastel jenny genau dran drauf drüben was war das davon hin hebt das beinchen war das ich war das nicht bastel jenny hi ich gebe ihm eine stunde ich glaube so lange wird es dauern war es dem ollie ja aber warte mal ich bremse und er rollt er macht meine auch wegen dem drive control ja dann wollte ich das drive control mal ausmachen nee du musst einfach nur umgekehrt schalten das heißt dass der rollt nur wenn du den rückwärtsgang drin hast ach so ansonsten kannst du ja hast du ja bremse musst du bremse treten ja ich mache das jetzt mal so will er den baum nicht ach doch jetzt sind wir wieder bei dem thema mit der seitenkonsole ach du scheiße die meteranzahl muss ich erstmal drehen ja die war schnittlänge taste 19 ich habe nur meter wie viel machst du fünf äh ne was habe ich acht was war acht meter ich aber die ich sehe gerade die sind viel zu klein für ein paar trick oh wer kommt denn da das zocker braut das zocker braut ist sie denn schon patrick ist sie auch unten warte ich schau mal nach kurz ja das zocker braut ist da ja zieh die hoch oh halt er drückt den da hat er verkehrt gemacht das müssen wir mit dem ding machen den soll der gar nicht durchdrücken hallo zocker braut hey dann mache ich dich gleich mal ein bisschen lauter für den livestream komm komm arbeit zum christner hast du nur probleme aber selbst mit drive control und nach vorne und ich drücke bremse wollte er nach hinten ja ein bisschen verlust ist immer so jetzt bist du auch besser zu verstehen ich probiere mal wieder was hier was macht ihr denn da oben wieder ein bisschen was hin und jetzt wir sind gerade auf platz nummer 6 die steht die steht mit bei uns hier ach so ich sehe das ja nicht ja mach was du möchtest ich rutsche hier mal hoch und runter wenn kommt olli fragt jenny wo ist weißt du das christ Blocke, DX, moin! Äh, eigentlich wollte er schon da sein, ja? Okay. Boah. Ja, wie gesagt, Jenny, eigentlich wollte er schon da sein. Ja. Was ist denn los hier? Will er den Bomben? Jetzt. Wir haben auf Platz 2, äh, äh, Zockerbraut haben wir auch noch, ne? Dann komm ich gleich mit dir auf Platz Nummer 2. Dann komm ich gleich mit runter. Moin Flo! Moin! Willst du vielleicht diesen einen Baum hier mitmachen, der vom Stapel ist, der das so krank ist? Ich bin gerade schon auf dem Rückweg hier. Tag! Oder du vielleicht, will du? Was denn? Der Baum, äh, hier. Ja, 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 den mach ich dann eben weg. Den hier. Ja. Wollen wir beide mit dem Skorpion King anfangen, oder was? Ja? Ich wusste auch. Gucken wir erstmal. Warte mal, ich stell mir das schon mal alles hier hin. Gucken wir mal, wo wir hier Platz haben. Erstmal nur beiseite. User left door channel. Dann brauchen wir, wer war das denn jetzt? Der Flo. Dori. Jo Martin, hau rin, du. So. Das Zockerbraut. Genau, auf geht's. Fahren wir rechts rein, ne? Würde ich sagen, oder? Boah. Ich folg dir. Du folgst mir. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wir legen uns die Stämme so dicht wie möglich, um die Stämme zu schrauben. Dann gehen wir wirklich wieder an die Straße hier, ne? Dass wir nicht so weit rein müssen mit dem. Es sei denn, es kommen nachher noch welche zu. Dann haben wir ja die Rücker, Zangen da und so weiter und so fort. Dann können die hier auch loslegen. So. Dann gucken wir hier, ob die halt Knöpfe auch alle funktionieren. Jo. Kunst. Am besten auch so ein bisschen so. Dirk Meier, vielen Dank für dein Abo. Im Dings hinlegen, bisschen gerade und so. Ey, ich bin noch dran. Dietrich? Los. Hab ich die Länge, hast du die Länge richtig eingestellt? Zockerbaum? Lass mal wieder rückwärts fahren. Acht Meter brauchen wir ungefähr. Den will er gar nicht sägen hier, oder was? Äh, Patrick? Könntest du mal den Baum hier zwischen meiner Knicklenkung rausnehmen, bitte? Äh, Fabio, du kannst auch wenn du zu Hause bist noch online kommen und hier mitmachen. Mitmachen. Oh, komm, ich will den richtig hinlegen. Oh, der liegt scheiße. Oh. Hat mich gerade einer angestupst? Ich war das. Oh, der muss richtig hingelegt werden hier. Ja, zumachen. Oh, sag mal. Ja, jetzt langt das. Scheiße ist nur, dass er irgendwie genau andersrum reagiert, wie mit dem Frontlader. Ja, runter ist hoch und hoch ist runter, merkwürdig. Aber gut. Ich mach das jetzt mal anders hier. Ja, Flogger, kann man. Einfach drauf kommen. Die TS-Daten gibt dir auf jeden Fall unser Nightbot. Moin, Fischkorb. Fabio, das ist die Pacific Inlet Logging. Ist das hier. Ja, Flory, wie geht's dir? Ja, ganz okay sofort, ne? Alles ist okay? Sehr schön. Freut uns. Jetzt. Gucken, dass ich ein paar Einstellungen mach. Ich baue ich mir den Stamm bald selbst ins Fahrerhaus rein hier, du. Klasse, Herr Moin. Ist da ein Baum? Ja. Ah, siehste. Zockerbraut. Das kriegen wir noch hin, oder? Oh, klar, komm. Ja. Ich wollte grad sagen, ich muss aber auch noch ein bisschen... Irgendwie ist das... Ich wär so nie gefahren, deswegen. Also, ich bin den so mit der Seitenkonsole noch nicht gefahren und ich weiß, beim Frontlader ist nach hinten ziehen, ist hochheben. Hier ist nach hinten ziehen runter. Deswegen wundert mich, dass es genau umgekehrt ist hier. Gerade in dieser Maschine. Deswegen muss ich da jetzt erstmal wieder umdenken. Hups. Mops habe ich da so nicht drin, Fischkorb. Musst du einfach nur in den TS kommen. Da steht alles drin beschrieben. Da warst du doch schon. Geht alles in den Beschreibungs-Channel da. Hä, wieso kann ich denn auf einmal nicht den Arm bewegen? Hast du auch Probleme damit? Naja, ich sitze jetzt in dem Häcksler oder muss ich auf den Häcksler steigen? Ne. So, wo können. Ah, okay. Ah. Ach, das ist bekannt. Die haben bei der Programmierung geschlampt. Das heißt, ich muss alles umkehren. Marc Kühn. Moin. Moin. Herzlich willkommen. Viel Spaß, du. Und Fischkorb. In dem Mitspieler-Livestream-Channel, wo du schon drinnen bist. Einfach mal rechts im TS die Beschreibung lesen. Steht alles drin. Wegen Mods. Was ist denn, äh, Martin? Ich überles dich. Ja, Mensch, ich bin hier konzentriert beim Holzhacken. Da kann ich nicht immer den Chat lesen. In den Optionen die Achse umkehren. Dann müsste es wieder richtig funktionieren. Ja, nur für die Frontlader nicht, ne? Dann ist es halt nur für... Aber mache ich jetzt. Mache ich beim nächsten Mal. Muss ich halt ein bisschen umdenken. Ist halt so. Dann ist das heute einfach mal so. Es wird auch überall geschlampt, ne? Selbst bei den... Bei den Mods hier, du. Oh, ist er dran da? Oh, ja, er ist dran. Aber er erkennt ihn noch nicht. Ey, was los? Jetzt. Ich glaube, das war eine ganz tofe Idee, sich das Ding zu nehmen, ja. Ah, jetzt häng ich mir ein bisschen blöd. Heiko Edender, moin! Herzlich willkommen. Download läuft, Fischkop. Super, hat denn ja geklappt. Was? Mir geht's gut, Heiko. Dir auch? Läuft, würde ich sagen. War nicht ganz so, wie ich es gerne hätte hier. Mit umgekehrter... Zum Glück geht der Arm auch nach rechts, wenn ich den Stick nach rechts mache. Das wäre dann nochmal... Rest kriege ich so hin. Schneid ab, das Ding, ne? Ganz schwor da, aber das gab gar nicht damit. Der Nightbot schreibt keine TS-Daten. Doch, schreibt er, ich hab gerade einmal reingeschrieben. Ah, da, ich wollte gerade sagen, dann hat er heute keine Lust. Kannst auch haben, manchmal hat der auch keinen Bock. Meistens zum Wochenende. Dann brauchen wir noch einen Rücker. Einer, der raufkommt, kann rücken oder zusammenfahren. Dann machen wir hier oben Hackschnitzel draus. Hackschnitzel? Ich soll von Hackschnitzel grüßen. Ach, alles klar, grüß mal zurück. Kommt der auch noch? Nee, der muss arbeiten. Ach, schade. Heute leider Kopfschmerzen. Oh, das ist nicht gut. Hier, äh, Flori, du hattest das immer so schön gesagt. Wir müssen noch Hackschnitzel machen für den Hof. Sag das nochmal. Du, aus seinem 300er-Abo-Spezial. Sag das nochmal. Ah, wie war das noch? Ja, wie war das noch? Wir müssen noch Hackschnitzel machen. Nee, Geld für den Hof reinfahren, ne? Nee, wir müssen noch so abtransportieren. Ja, herrlich, 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 ja. Ja, jetzt benötigen wir nur noch einen Abfahrer, damit wir daraus Hackschnitzel machen können, um Geld für den Hof einzufahren, Leute. Genau. Holz ist auch mit dabei. Genau so sieht er aus. Sehr geil. Ja, so wird man sich daran erinnern. Richtig. Es gibt immer irgendwie einen Zusammenhang, ne? Immer. Immer. Komm, zieh den Baum ran. Jo. So wollen wir den haben. Das ist ein bisschen dicht. Ponze. So, hier mal schöne Grüße vom Heiko Elender. Für alle, die sich gerade im TS befinden. Sind noch nicht so viele, Heiko? Ja. Warum grüß man zurück, ne? Ja, das hören sie ja, ne? Oh Mann ey, das ist ja hier ein, das ist ja hier überhaupt nichts für mich, ne? Ja, ja. Das ist Riegelkram, ne? Du? Oh, hör mal auf. Oh. Oh. Halt. Ich steh mir da. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Das war alles Erdbeckkise, oder? Oh. Ja. Ja. Bio. Du, Alter. Drück ich hier den Kram durch. Was macht er denn, du? Ich häng hier irgendwo gerade fest. Kommst du klar Zocker Braut? Ja, soweit ja. Sehr schön. Ich nämlich nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Schwule, aber ich muss mich das dazu machen. Also bei mir haut irgendwas überhaupt nicht. Ist gar nicht klar. Ja. Ich hab alles umgekehrt. Ich muss umdenken. Aber ist okay. Da hat aber ne Dame im TS eine sehr sympathische Stimme. Richtig, Heiko. Ist mir auch gerade so pauschal aufgefallen. Ja, mir aber auch gerade. Warum werde ich jetzt rot? Scheiße. Moin, Dennis. Hör mal diese Raucher-Stimmen. Ja. Ach, das gibt's doch nicht. Da wird doch selbst aus allen der Pfanne verrückt. Ja, und weißt du, was das Gute an dieser Karte ist? Wir haben keine Ausgleichsmöglichkeit, ne? Nein. Wir müssen. Wir müssen das machen. Oder der Stream geht heute nur 10 Minuten. Und dann schalten wir oben auf die Mecklenburg. Nein, wir ziehen das durch hier. Aber er ist schon... Ist schon nicht einfach, sag ich mal so. Oh, ich. Wo häng ich denn? Nein! Habt ihr irgendwas Neues an Mods oder so? Nö, ne? Nö. Wir haben nur alles umgedreht. Hey, was, 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 was macht der denn hier? Ja, ist klar. Was sagst du, Zockerbraut? Ich glaube, ich spiele hier hinten die Karte. So wie die Stimmen liegen. Ja, wir kriegen ja nachher... Also guck mal, Alter. Wir lassen... Wir hinterlassen ein... Ein Schlachtfeld der Verwüstung. Wir brauchen unbedingt einen... Einen Rücker. Ich glaube, ich bin dabei. Weil das geht ja hier mal gar nicht. Patrick, kriegst du halt hin? Ja, ich lade eh nur das Holz auf. Also, das schaffe ich schon. Ja gut, dann schmeiß ich den... Schmeiß hin. Jetzt fällt der Stall in den Rundern. Ich das Ding mal hier weg. Da bin ich doch gar nicht am Baum. Oh, schon wieder Telefon, Moment. Günter Brand. Moines. Oh, da möchte jemand in den TS. Schnurstracks gerade. Im Übrigen dürft ihr heute alle mit hoch. Deswegen fangen wir gleich mal an zu ziehen, würde ich sagen. Soll ich das mal machen? Ja, zieh sie mal alle langsam. Aber, äh... Kannst du mir einen Gefallen tun? Na? Kannst du vorher nochmal runter gehen und sagen, dass sie gleich, wenn sie oben drin sind, nicht alle querbeet und so, sondern... gechillt. Naja, ich geh... Ich geh... Hüpf einmal runter. Hüpf einmal runter. Danke. Ich steck mich dran. Nee. Hallo? Ist das noch ein Baum, oder nicht? Bin ich da jetzt am Baum? Ja. User was moved to your channel. Oh, Mann. Hola, si, senor. Ist das der Tomsche? Ja, das ist Tomsche. User was moved to your channel. Das ist Flocke. Flocke, moin. User was moved to your channel. Äh. Dachsche. Fischkopp. Moin moin. Vier Minuten noch. Joa, alles gut. Wir haben genug Arbeit. Also, bringt auf jeden Fall gute Laune und... Spaß an der Arbeit. Starke Nerven. Und starke Nerven. Ey, was macht ihr hier? Und ne Menge Zeit, ja. Aber richtig viel Zeit. Dann machen wir das anders. Ihr seid auf der 6, ne? Wir sind auf der 6, ja. Wir knacken hier gerade alles durch. Also, wir haben hier schon richtig was liegen. Ja, ich hab... Hab's gesehen. Ja, Fabio. So ist das. Reini! Reini hat's geschafft. Sehr schön. Mensch, das freut mich. Günther, man kommt rein, indem man die TS-Daten eingibt. Oder wollt's auf den Server? Oh, mein Fuß schläft. Boah! Immer, äh, hier. Rini, äh, hier. Rini hauen, wollte ich gerade sagen. Immer rein spaziert. Kurz gucken. Frau schreibt gerade. Weil Tochterchen ist ein bisschen krank. Deswegen brauch ich sie heute auch nicht von der Schule abholen. Naja, du hast sie einfach krank geschrieben. Ne, die ist wirklich krank. Naja, ich weiß. Die hörte sich auch nicht gerade gut an vorhin. Ne, dann kam ja noch hinzu, dass beim Handy da der Code auch noch. Ja. Oh, Alter. Wie ein Behindi hier. Aber auch nur, weil alles umgekehrt ist auf meinem Stick. Wo, wo ist eigentlich der Olli? Ja, gute Frage. Das kann vielleicht die Beate beantworten. Maximilian Agrar! Ach, schon... Moin! Schon dran vorbeigefahren. Beruflich mach ich auf jeden Fall was anderes. Auch wenn das hier so professionell aussieht. Günther! Ja, ich will auf den Server. Äh... Geht alles, wenn du in den KS kommst. Geht das alles in der Channel-Beschreibung drin. Was man machen muss. Hier, die Spanier sind auch wieder da. Heute wird es wieder mal ein bisschen kulturell. Multikulturell hier. Ihr holzt hier aber auch einfach querfeld, ne? Wir ballern hier eine Schneise und dann rücken wir den Kram zusammen. Wollt ihr halt ganz wegfahren oder als Hacksschnitzel? Ne. Also an der 6, ne? Aber du kannst beides. Beides. Es ist für alles gesorgt. Es ist für alles gesorgt. So, nun ist die Frage, braucht ihr noch jemanden? Ja. Weil... Das ist die... Steht in der Überschrift. Pacific Inlet Locking. Wieso? Fragst du, ob wir noch etwas brauchen. Aber wir brauchen hier manpower ohne Ende. Und Fraupower. Trotz... Trotz Verletzung würde ich dann kommen. Wäre so weit wie er fett. Ja, wenn geht, komm. Wenn geht, komm. Ne, schauen wir mal. Ich komme mal dazu und dann... Gucken wir wie lange guide, ne? Genau. Ich brauche das hier alles auf dem Haufen. Auch wenn das nicht so toll sortiert aussieht. So, ich bin ja gleich hinten angekommen am Berg. Berg? Ist der Berg eigentlich da heute? Ja. Ah, ich versuche das mal alles hier auf dem Haufen zu schmeißen. Oder ist das für dich besser, wenn das... Wenn das nicht alles auf dem Haufen liegt? Floriflo oder... Wer macht da gerade das Rücken und zusammen... Priemeln? Ich sammle hier gerade auf bei dir. Ja. Aber wie wäre das für dich besser? Alles auf dem Haufen irgendwo? Oder ein bisschen... Längs gezogen und verteilt? Ja, ja... Schön verteilt, dass ich mit dem Lkw gut da dran fahren kann, ne? Aber das kriegen wir hin. So, das ist drin. Warte mal, wo fahre ich denn jetzt überhaupt hier? Was ist denn... Wo ist denn vorne? Wo ist jetzt hinten? So, jetzt. Na gut, so ein Holzfäller scheint ich wohl doch nicht zu sein. Oder, Zockerbraut? Ach... Ach... Eigentlich gut aus. Das ist nett. Danke. Das baut mich wieder auf. Also ich kann das mal gar nicht. Nee, also ich kann das auch nicht. Nack. Flori, komm, helf uns. Ja, rette uns mal den Arsch hier. Helfen. Ich bin auf dem Weg, meine Lieben. Flori, unser Holzmann, im großen 300er-Abo-Spezial gewesen, ne? Wollen wir gleich mal gucken. Das nehmen wir natürlich auf, was du da machst. Also wenn das weiter so geht, ne, dann seht ihr mich nur drei Baumstämme laden. In dem ganzen drei Stunden streamen oder so. Unser Channel ist so voll. Und wir haben so eine TS-Disziplin. Das ist noch nicht mehr normal, Mensch. Das freut mich richtig. Das muss ich auch mal sagen. Das haben wir ja noch nicht mal, wenn wir zu dritt sind. Welcher Vater? Zwei. Hier dieser Pacific-Dings da. Deutschland. Deutschland zwei? Ne, Deutschland normal. Morgen, moin. Wie lang geht's denn heute? Bis ich hier unfall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zum Einschlafen. Habe ich schon 495. Oh, danke für die Info. Ich hab hier nämlich nichts. Ich hab mir das nämlich abgewöhnt, hier diesen Live-Counter laufen zu lassen. Ich guck da, also jetzt nicht, ne? Aber ich achte da eigentlich gar nicht mehr drauf. Aber danke, danke für die Info. Kann man sich nämlich nicht so aufs Spiel konzentrieren, da musst du immer überwachen und gucken. Vorsicht! Störung! Puh! Ich hau hier wieder alles um. Ah! Danke! Jetzt weiß ich was du meinst. Ja, wie gesagt, wenn euch das hier gefällt, lasst einen Daumen da. Ein Abo wär auch cool. Und guckt mal unten in der Videobeschreibung, da sind die ganzen anderen Chaoten. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf ein TS und zockt einfach mit. Ich habe heute etwas geschenkt bekommen auf der Arbeit. Ah. Achso. Kannst du gleich sehen, wenn du im Livestream guckst. Ich hatte für einen meiner Thumbnails, habe ich so eine weiße Tasse ganz normal bearbeitet mit meinem Logo vorne drauf, ne? Ja, ja. Da glaubt man gar nicht. Ich habe das heute von der Beate, Olli hat's mitgenommen, geschenkt bekommen, da ist vorne mein Logo drauf und hinten alle anderen Chaoten, die sich derzeitig in der Chaoten-Army befinden. Einmalige Topse, würde ich sagen, oder? Moin Sebastian. Da sind wir uns noch von 20 Jahren dran. Sehr gerne mit Fronten, da hast du uns nicht zufällig im Angebot, oder? Du kannst... Ich hab kein Geld. Wie bitte? Ich hab keinen. Ich kann mich... Warte mal. Ne. Jo, Naipos, alle voll konzentriert, wir sind hier voll am Racken. Aber, warte mal, ich geb den Jungs mal eben hier einen schwarzen Bildschirm. Dann kann ich mich mal eben als Admin einloggen. Ja. Aber auch nur, weil wir das nicht jeden Tag machen, Naipos. Und Dennis, in 30 Minuten, sehr schön, das klingt vernünftig. Wir warten, du. Wir haben Zeit. Reini, mitspielen kannst du. Einfach auf den TS kommen, steht alles drin beschrieben. So, da sind wir wieder. Dann, was möchtest du, irgendeinen bestimmten Radlader? Träger mit Frontlader. Träger mit Frontlader. Träger mit Frontlader und der Polterzange dran. Das ist sehr gut, Günner. Denn komm rauf hier. Geh los. Mit Lenkrad ist immer gut. Da bist du bei uns vollkommen richtig, du. Morgen ist sie kaputt. Jo. Ne, ich trink da ja nicht draus. Die stell dich bei mir in die Vitrine. Und das ist auch drin, sehr schön. So, wir arbeiten uns hier bei der Vordor. So, ich werde gleich jetzt mal umsitzen und den Kram hier versuchen mit rauf aufzuladen. So, ist da. Weißt du, was ich auch noch bräuchte? Was denn? Ich hatte doch auf der Mecklenburg, wo wir Holz gemacht hatten, das andere Kettensägen-Massaker, hatte ich doch hier diesen komischen Anhänger, den du an so einen Trecker ranhängen konntest und dann konntest du da auch mit dieser Zange. Den bräuchte ich. Ich finde den an den LKWs, finde ich, ein bisschen unübersichtlich für mich. Können wir den auch holen? Haben wir den auch mit drin? Hm, ich guck mal eben. Weißt du, wie ich mein? Warte, komm mal. Guck mal ganz kurz nach. Du meinst den Stepper, den du an der LKW, an dem Trecker hängst? Deee, warte mal. Ich muss mal ganz kurz selbst gucken. Forst, wo haben wir denn Forst? Wo ist ein Don? Ja, genau. FHL 13 AK. Den hätte ich gerne. Denn würde ich jetzt nämlich mit einem Traktor runterkommen. So, wir werden gleich einmal kurz ein Standbild haben. Hm, mach das mal. Welchen nehme ich denn da? Dann machen wir das nämlich ganz anders hier. Anfängerseite Dach. Den Anfängerseite Dach. Gebe den Günther den Dings, ne? Prost. Prost. Und Hype Bennett. Gut, ja. Das ist schlecht, weil da steht alles drin. Da haben wir die ganzen Informationen zu Mods und so weiter. Oder du guckst unter Multiplayer, so wie es mit Dings beschrieben ist, was bei uns auf dem Server alles ist und kommst dann so rauf. So. Ah, ich wollte doch hier nicht rein, ich wollte doch in den Trecker rein. Ne? Bei mir dauert noch eine Stunde. Dazu habe ich dir ja gestern Abend was gesagt, ne? Ja. Du wolltest ja nicht auf mich hören. Ja, Tom, das haben wir uns fast hier da. Wo ist denn der Händler überhaupt, Hilde? Von wo muss ich das her holen? Von unten. Ach so, das ist alles immer alles klar. Dann komm ich da jetzt mal mit dem Breaker runter. So. Dann geben wir mal Gas. Da kommt der Fischkopf. Der hat es ganz schön eilig. So, was soll ich denn tun machen können? Ey. Rücken aufladen, häckseln oder weiter Holz fällen. Wir sind oben auf R2. Nur, ich hab mich einfach mal durch. Da müssen ja noch Fahrzeuge stehen, ne? Richtig. Die sind an R6, an R2. Ah, das ist nett, Patrick. Genau, das ist der Link zu den Mods, Güller. Da kannst du auch ohne Bedenken runterladen, weil da sind keine privaten Sachen drauf. Nichts, was man nicht haben darf. Alles von Giants offiziell. Wir haben das nur das nötigste Pack drauf. Mein PC-Kopf erst. Oh, hier rechts zwar, ne? Wer ist das, da? Ich. Achso. Weil mir kam eben schon einer auf meiner Spur entgegen. Da kommt heute noch nicht frei. Der wollte mich eben schon umkacheln da. Der Fischkorb war da durch. Moin, Dirk Meier. Wo Gott ist denn hier mit der Hackschnitzel abtransportieren und so? Ausrufezeichen MS eingeben, dann zeigt er dir alles. Steht in der Videobeschreibung, Güller. Na toll. Genau. Oder Ausrufezeichen TS. Ich muss einmal kurz raus, weil mein Landwirtschaft kein Ton mehr abgibt. Alles gut. Ich danke dir, Hilde. Genau das Ding habe ich mir gewünscht. Mhm. So, jetzt machen wir das nämlich ganz anders. Ja, wenn du über Handy guckst, dann ist das schon schlecht. Wie willst du denn die Sachen runterladen? Ähm, Fischkorb? Ja? Äh, das hast du mir eingefallen und belätzt den LKW da hinten, den stelle ich jetzt hier vorne hin. Ja, geh los. Oh, ich mach wieder rein. Kling wieder rein. Pass. Sekunde mal. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Pfff. Guck. 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 Es hat geklingelt! Der Postbote war es! Ich habe jetzt leider gerade nicht gesehen. Oh! Chroma Key! Äh, ich sag mal herzlich willkommen in den Club. Hohrammer Formel:" Ich hoffe du bereust es nicht, das Acho?" Nein. Scherz? Nein. das zocker braut. stopp. das müssen wir erstmal aufräumen hier. patrick, dein mikrofon. na der. jetzt ist weg. jetzt besser. wir müssen jetzt erstmal irgendwie hier aufräumen. ja ich komm. das mache ich mit dem dinge. das kann ich irgendwie mit dem besser. da ist das nämlich nicht umgekehrt auf dem stick. ich höre doppelt. hoffentlich mal. muss er denn jetzt? was auch nicht, auch nicht. ach, Flo, wie sitzt denn drauf, du? das ist ja. ich saß eben hinten drauf, ja. nicht dass du da runter fliebst. hier, wie ich. der Serna Pass. ich habe das. aha. so wie magst du mal den Kran wegschwenken? du musst mal gucken, wie... ich will. nee, ich klappe mich nicht. äh, äh... chaoten-army, Benet. ich muss mal gucken. ich krieg den Scheiß, den jetzt bewegt hier. ah, ok. da sind sie alle. oh gott, oh gott, oh gott, oh gott, oh gott. oh. hilde, zockerbraut, fischkopf, flori. nochmal hilde? ja, ich sehe auch hilde doppelt. hä? ja, eine hilde steht hier vorne. ja, das habe ich auch schon mal gesehen. das ist nochmal. ha, ha. ha, ha. ha, ha. ha, ha. ha, ha, ha. ha, ha, ha. das sieht doch gut aus. so, dann werde ich das hier auch mal, äh... ich werde mal weiter reinfahren, da ich ja ein bisschen beweglicher bin. würde irgendeiner die Baumstümpfe mal hier wegnageln. ja, sonst fahren wir uns die Reifen noch alle kaputt. ja, ich tappe mal durch und nehme mal die Baumstümpfe weg. oh, haue, haue, haue. ne, da, äh, nicht. äh, warte mal, wie war das noch? äh, 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 äh. der auch nicht. äh, 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 ne. äh, 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 ne. was der? aah. auf welche Taste habe ich den? na, ne, dringend nichts. äh, äh, hilt ihr die ganzen kurzen Enden gleich in Häkler schmeißen? ja, ja, klar. so, gucken wir mal, jetzt alles funktioniert ja nicht. dann muss ich mir gleich noch einmal schnell raus. oah, der ist auf. umgekehrt. ich bin muss nicht mal einmal kurz eben auslösen ja eine frage auf die heute haben aus der frage wenn es beim ende freut abend aus wie also was heißt heute abend auch wir versuchen so lange wie möglich kommt drauf an was er mit abend meint akimaparek ich hab das aber heute noch nicht zu gucken schoss du eh nicht komische ich sag dir das schaffst du nicht bett'n doch bitte nicht äh ich bin auch wenn er nicht ich glaube die acht meter sind für meinen zu lang kann das sein ja aber ist ja egal was er gerade vorne kran vorne sitzen oder ja ich kann die zur not auch noch mal halbieren das wäre nicht das problem genau aber auch der ist wieder umgekehrt hier das fühlt sich ja komisch an es fühlt sich irgendwie komisch an aber es ist ja auch das kettensägen massaker nicht war nur er und ist noch nicht online die die so machen wir schön halt hier den scheiß abend nimmst du die kleinen weg für stoppen nicht nur die großen hier oder was auch so machen ich glaube doch nicht wieder tue das erste mal bei dir ihr zeigt euch heute erst an zehn stunden drei stunden vier stunden jetzt schon wieder zehn stunden ich weiß nicht wo der haar ich weiß nicht ob das so haben wir wenigstens schon was zum aufsammeln hier ne oh hä tausend kettensägen haben wir hier so jetzt drehen wir den kram nochmal schön rauf hier jetzt muss ich wieder umdenken hoch, ran, hoch, ran, hoch ach, hei je ja, geht doch erstmal abwarten und Tee trinken, mal sehen wie es weiter geht ja, wärst du wärst du dann so lieb und würdest hier oben Platz machen für andere, Tomsche? ja, richtig das wär dann nett, weil dann können die anderen mit uns noch hier oben quatschen ähm also er versucht 15 ähm also er versucht 15 dann melde ich mich dann melde ich mich später nochmal, wenn ich den nach vorne gelangen hab ja, mach das einfach guti denn bis später, ja er versucht 15 zu 30 online zu kommen 15 15 30 das ist ja nachmittag das ist gut nachmittag ist gut ich frage mich auch was daran abend ist aber ok Ja, für mich, er hat recht. Also für mich ist es Abend. Weißt ja, ich stehe ja normalerweise um 0.50 Uhr auf. Ich habe mich vergriesgenadelt hier, du. Oh, lecker. Oh, nee, jetzt. Also von der Zeit her passt mir das sehr gut mit 15.30 Uhr. Geht nach mir doch, ne? Oh, ein bisschen an Nebengefahr. So, ich habe sie auf jeden Fall mal auf richtige Länge geschnitten. Aber auch hier wieder alles. Machst du das auch gerade mit deinem Joystick? Lurie? Ja. Nee, den musste ich rausziehen, weil mein Lecker hat sonst nicht funktioniert. Hä? Häusens, Florian Kuhl. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe das irgendwie, was ich habe dann noch nicht richtig eingestellt, ist alles. Das ist nicht eingestellt, du kannst beide aktivieren, ne? So, alles mal ein bisschen halbieren. Damit das bei mir auch drauf passt. Was ist das denn jetzt? Okay. Oh, der Minister ist wieder da. Ja, dann zieh den doch mal hoch. Moin, Minister. Ja, ist er schon mit dem TS? Einfach hochziehen, immer rein. Ja, warte mal noch, ob er drin ist. Ja, zieh immer hoch. User was moved to your channel weg. Ja, jetzt muss ich hier auch noch, bei der Randfahrt durch, kriege ich hier die Kratze. Äh, ich fahre hier. Moin, Moin, Moin. Der Minister, Moin. Moin. Ne, dann musst du weiter zurückfahren. Oh, du klingst aber sehr leise. Bist du mit dem Handy drin, oder was ist das? Ich verstehe ihn kaum, versteht ihr ihn? Nö. Ich verstehe ihn auch sehr, sehr schlecht. Ne. Das ist schlechte Audio. Ich verstehe dich gar nicht. Bist zu leise, Minister. Ich hab das Ding auch schon mal halte eng, ne? Hä? Nützt nichts. Oh! Patrick, irgendwann stimmt mit deinem Headset nicht. Und bei mir ist alles super, eigentlich. Ich weiß nicht. Wenn man mal schauen. Irgendjahr hat auf jeden Fall Störung gehabt. Und da und eben. Das war Patrick. Ja? Ja. Ich sehe das ja am Leuchten. Oh, ich. Jetzt probieren wir es nochmal hier. Den nimmt er nicht weg. Der ist auch wieder herrlich. Alle höchst konzentriert. Ich muss schon einmal ein Handy legen. Bist du mit dem Handy drin? Nein, mein Handy lag hier gerade in der Nähe. Moin, Bär, ich schade. Ne, kann ich dir nicht sagen, Flori. Weiß ich nicht. So, kurzen Stau hier, typisch Frau. Hey. Ich kann Autofahren, also. Na ja, sagen sie alle. Die ganz kleinen Stämme lasse ich hier umliegen zum Häckseln, ne? Ja. Besser? Besser? Ne. Ich höre was im Hintergrund, aber ganz leise. Ja. Ali, vielen Dank für dein Abo. Und viel Spaß bei den Chaoten. Ne, Jo, Florian. Leon Döbler, wie, was los? Eigentlich wollte er schon da sein. Ich meine, das läuft mir hin auf 1 Uhr jetzt, ne? Er ist noch unterwegs. Wie, der ist noch unterwegs? Er ist ja auch schon längst da, ne? Ja, ich weiß noch nicht, wo er ist, aber... Ah, ist schon wieder zweit weg hier. Leon, das ist... Warte mal, kann ich dir zeigen? Ich glaube, das war ein Pack. Hier, der ist das. Der Timberkipper, 12 Meter, 8 Meter. Werde irre mit den umgekehrten Dicks, ja. Ach, du auch? Hast du auch die Seitenkonsole? Du willst das Natur machen, ich spiele eigentlich nur Controller, aber... Ach so, aber ich weiß auch nicht, warum hier alles umgekehrt ist bei mir. Ach so, da kann ich nur vorwärts fahren, nicht rückwärts. Ich muss mal eben den Landwirtschaftsminister, den muss ich mal eben kurz hier muten. So. Wow, 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 Fischkopf. Ali! Danke dir für dein Abo, willkommen im Club und, ne? Und so weiter und so fort. Viel Spaß. Wie schafft man einen Zuck in der Abo? Bitte, Leon, ja. So, jetzt was wir mal gucken. Ah, oh, jetzt höre ich fahren rein. So, jetzt muss ich erstmal hier durchfahren. Eigentlich, nee, ich muss das erstmal sichern. Die Fracht, geht mal los, bringt mal weg. Noch einmal kurz hier zwei Seile rum. Weil... Da kommst du ja gar nicht mehr durch. Weil... Es ist nicht leicht. Wer ist denn da gegangen? Schnitzel, Rotweiss, Mojedo. Ah, Floki war das. So, und jetzt nochmal an euch alle. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch Unterstützung. Wenn ihr wollt, kommt ins TS, drückt Ausrufezeichen TS, kriegt ihr die Daten. Und dann habt ihr die Chance, mit uns zu quatschen. Und, und, und. 146 Patrick, danke für dein Abo und viel Spaß bei den Chaoten. Nee, auch nicht, auch nicht. Genauso, ey, du. Ich fahr mal bei dir mit, Chris. Fährst du schon wieder bei mir mit? Ist egal, oder? Alter, musst du dich umdrehen, denn zieht es nicht mehr, dann drückt es. Ja. Bleib stehen, Fischkopf. Sieht im Nacken, ne? Ja. So, das war ich doch hinten hoch, hatte ich... Oh, der ist er auch nicht. Der ist er auch nicht. Was suchst du denn überhaupt, Flo? Oha, ich hab ein Abo. Das frage ich mir auch. Das suchst du schon seit einer Stunde? Wie hat's den Rechner zu erlegt? Wieso da der ein Schnitzel? Moin, Killer-LP. Ganz gut, und dir? Aliha, moin. So. Bei irgendeinem hört man... Hört man... Ein, zwei, zwei Brot. Ja, das ist unten beim Landwirtschaftsminister, deswegen hab ich den gemutet jetzt. So, ich komm mal mit dem LKW hoch. Boah, da ja jetzt... Das war ja... bisschen, ne? Und so. Und doch... Ist es... Sag mal, ich bin jetzt doof. Da steht, standen hier irgendwo. Ja, alles gut, Flo, ja. Ah, da ist er. Ehrlich, Antwort? Hau raus, ich kann nicht ab. Was hast du, Flo? Hast du was gefunden? So, ich wechsle jetzt von T. Du? Boah. Nicht funktionieren, das ist schon wieder nicht. Oh, wer kommt da jetzt? Oh, da kommt der Nils. Sieht auch geil aus. Fischkopf läuft die ganze Zeit auf der Stelle da oben. Oh, das ist schlecht, Schnitzel. Egal, wer da gerade reingekommt, gibt deinem Hamster mal was zu essen. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, das Problem ist, je mehr Holz fliegt, desto länger draufhören die Synchros. Ja, dann sollten wir vielleicht jetzt erst mal gucken, dass wir Holz wegkriegen hier. Ja. Ja, wir hauen das jetzt erst mal weg. Ich bin hier oben auch gleich fertig. Nomi, moin moin du. Erst mal die Holzstücke, das können wir nicht mal sparen. Oh, ich soll mal hin. Ja, jetzt musst du ja erst mal die 5 Millionen Baumstämme synchronisieren, ne? Ja. Die mal auf dem Fußboden rumgammeln, Alter. Julius Blümig, moin. Pass auf, dann stellen wir das abhacken wirklich erstmal ein, ne? Dann fahren wir das erstmal weg. Ich bin auch gleich da bei euch, also... Dort sitzen wir beim nächsten bis morgen hier. Eben, eben. Äh, Keller-LP, musst mal darauf achten, dass du die, dass du ja keine Leerzeichen dazwischen hast. Oh, es hat geklappt, Dennis ist es. Sollte es auch eigentlich klappen, dass du in den TS reinkommen kannst. So, jetzt warum kann ich jetzt hier schon wieder nicht hier... So, wir geben mal richtig Gas hier, ne? Gas, du. Gehen wir. Hey, na, Binters, du bist der Beste. Oh, fahr ich sogar fast in Knick, du. Deswegen, Leon, der Bauer. Danke dir. Das ist nett. Eich. Äh. Ich bleibe nochmal zusammen. Moin, Toxi, Roblox, Zocha, moin. Oh, was ist denn hier los? Oh, ja, das sieht gut aus hier. Hier hat eine Granate eingeschlagen. Killer-LP, vielen Dank für dein Abo und viel Spaß bei den Chaoten. Ich hoffe, du bereust das nicht. Moin. Okay, dann weiß ich nicht. Kann mal einer gucken, wie viele Leute auf dem TS sind? Weil ich hab Killer-LP hier, der kommt nicht auf dem TS drauf. Warte, ich guck mal eben. Oder Patrick, du hast das, du kannst das alles. Dann nehmt wir den 100-Slot TS, einfach. Nö, so wie Tom Schirm. Ach, die Leute sind drauf. Da geht ja noch einiges. Acht. Ne, neun Leute. Trotzdem geht er da noch mehr. Da geht noch einiges. Da geht noch ein bisschen was, ja. Könnt ihr mich move'n? Der Fiesling, moin moin, viel Spaß, hättest du dich willkommen und so weiter und so fort, ne? Der Fiesling. Hier bist du richtig. Ich guck mir auch ganz fies zu, wie die anderen arbeiten. Luca Weber, moin. Ich komm grad von der Schule. Na, ich hoffe, du hast Spaß gehabt, aber jetzt hast du ja Wochenende. Komm hier auf den Server. Daniel Müller, vielen Dank für dein Abo und viel Spaß bei den Chaoten. Ich kann schon wieder keine Gerätauswahl treffen. Ich mach' hier gleich den Abfahrer mit dem Hackschnitzel, ne? Ich muss erst mal, ich bin jetzt so gestresst durch die Seitenkonsole, da alles umgekehrt ist. Jetzt brauch' ich erst mal so'n Abfahrerjob, weißt du? Moin, Patrick. Hab' ich mich festgefahren. Ja, selbst dat kannst du nicht. Ach, der Fiesling. Danke für dein Abo, willkommen im Club und so weiter und so fort und ich hoffe, du bereust das nicht, do, ne? Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, ne? Und auch hier aktiviert werden möchtest oder benachrichtigt werden möchtest, dann aktivier doch die Glocke auch gleich. Genau. Und für die, die in der Schule sitzen, und für die, die in der Schule sitzen, zeigt das eurem Klassenlehrer, zeigt das euren Mitschülern, teilt die Streams von uns und sagt den Leuten, die sollen vielleicht ein Abo dalassen. Der Fiesling. Du kannst mitmachen, steht in der Videobeschreibung. Auf dem TS.com, da im Channel, in der Beschreibung steht alles drin, durchlesen, Mods laden und Gas geben. So, ich guck' mir das Ganze mal an hier, ob das hier auch alles läuft. Och, ne, ernsthaft? Da ist die Schiff. Patrick, das ist die, ist der Server Chaoten Army auf der Pacific Inlet Logging Map. Bike 2011, danke dir für dein Abo, willkommen im Club. Und wenn du möchtest, kannst mitzocken, einfach auf dem TS. Leon darf das, ist das. So, hier, Chefkarre. Kann mir mal ein bisschen umgucken hier, ne? Ne, ich muss ja mit anfassen hier, als Vorbild voran. Aber ich werde hier gleich mal ein bisschen abfahren. Ich muss mal gucken, wie voll der Hänger jetzt ist hier. Oh, der ist ja gleich voll. Das ist gut. Dann baller ich den Kram gleich mal weg. Och, Mann, es ist doch zum Mäusenmelken. Ja, danke, Spike. Genau, das 500er Abo Spezial dauert noch ein bisschen. Kann ich leider nicht gleich im Anschluss hochladen, da das Videomaterial noch nicht bei mir angekommen ist. Aber, wie gesagt, 500er Abo Spezial, der Hilde, den ihr hier im Hintergrund hört, der 2.0. Hilde, sag was zu deinem Abo. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich bin da halt noch nicht zugekommen, wegen beruflichen Gründen. Aber, wenn alles klappt, hauen wir das nächste Woche raus. Für euch. Genau. Mein Spezial. Und ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen. So ein bisschen will ich euch verraten. Und zwar, ich nehme euch mit. Und es hat mit Landwirtschaft zu tun. Genau, freut euch da drauf. Also, wie gesagt, es kommt ein bisschen später, aber es kommt vom Hilde. Definitiv ein 500er. Definitiv das 500er Abo Spezial, richtig. Fischkopf, kannst du mir mal eben helfen? Würdest du mal hier anpacken, bitte? Wissen wir mal den Leon hochziehen? Ne. Wo bist du? Ich stehe vorne an dem LKW, an dem Radlader. Ja. Ne, Leon, den lassen wir bitte unten. Was hast du für ein Problem? Äh, kannst du mir die mal eben bitte über die Stäbchen heben? Eistee, danke dir. Weil ich komme irgendwie nicht höher. Danke für die Glückwünsche. Ähm, kann ich dir sagen, Hilde, da sind Gurte dran. Der Dennis kann aber hoch, ne? Wie, da sind Gurte dran? Er fällt dir die ganze Zeit nochmal rein. Ja, sind aber... ...wurden... ...Vorgurte herangelegt. Spanngurte. Also bei mir zeigt er keiner an, aber okay, danke. Äh, ich seh dich hier. Hau noch einer ein hier rein, in den Dings. Moin, Schnitzel-TV. So, haut hier noch einer rein, äh, in den, äh... Oha! Äh, ich kann nicht... Ich kann nicht alles gleich, weil ich... Alles gut, alles gut. Ähm... Ach, der Stopp ist das. Ja, alles klar. Weiß Bescheid. Danke, sorry. Ich wollte dich nicht unter Stress setzen. Dennis, bitte keine Bäume mehr fällen. Erstmal. Wir müssten erstmal hier... ...das ganze Missgeschick wegräumen. Genau. Sonst ist die nächste Synchrone eine halbe Stunde lang. Boah, Fischkorb. Das sah gut aus. Boah! Flori? Erfahre. Ja? Der Fendt, der hier neben mir steht, würdest du den mal irgendwo wegfahren? Bitte? Na, sicher. Wärst du beinahe umgekippt, ne? Bis jetzt haben wir den Träger noch nicht mal an die Grenze umgeschafft. Aber das... Oha, hast du kein Gewicht mitgenommen? Nö, wofür? Ja, ich hätte dir ein Heck... Ich meine, ich hab dir ein Heck... ...ein Heckgewicht genommen. Wenn nicht, nimm das hier vorne von dem... ...äh... ...von dem 939 mit dem Kettenbandlaufwerk hinten dran. Das will er noch nicht rein, ne? Der ist keine Bäume mehr fällt. Ja, der ist nicht hier im TS, der, der... ...dauert ein bisschen was, bis er das mitkriegt. Außer schreibt mal einer hier rein. Hallo, moin. Ey, wer klaut mir denn jetzt... Oh... Was macht der Leon denn da? Ja, ich hab's auch reingeschrieben. Sandra Stangl, kannst du mich grüßen? Hab ich gerade. Sei gegrüßt. Ich nenne mal die Mods von euch ziehen und es gammeln ein paar MTS3 rum, die warten. Alles klar, Fiesling? Ja, wir werden immer nach und nach hochziehen. Jeder darf mal rein. Dennis? Ja. Was macht Tommy drauf? Dann hast du dir noch Zeit. Dann... Könnt, ähm, warte mal. Könnt ihr mir ein... Patrick, kannst du dich einloggen? Hier, im Spiel? Ja, könnte ich. Warte, ja, glaube ich schon. Wenn nicht, dann... Ja, mach das mal bitte. Und dann haust du mal bitte Leon den Bauern hier raus. Nix gegen den jetzt, aber der hat öfters die Möglichkeit mit uns zu spielen, die anderen nicht. Ähm, und, äh, dann kannst du noch ein paar hochziehen, wenn du möchtest. Genau. Zieh einfach mal alle rein. Die da unten gerade, wenn es zu laut wird, können wir sie immer noch müden, aber alle rein, dass sie alle in den TS kommt. Genau, weil... Dennis, User has moved to your channel. Ich... 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 Mir geht's ganz gut, und dir? Dann nimm mal den Dennis bitte hier raus, weil der Dennis, der hört uns eh nicht zu. Moin, moin. Moin. Keine... Keine Bäume mehr fällt. User disconnected from your channel. Der Stream geht heute open-end. Ah, das, das, das krieg ich nicht hin. Ähm, haben wir... Flori? Ja, bitte. Würdest du mir die Bäume ein bisschen in den LKW ziehen, in den Anhänger rein? Kriegst du das hin? Hilde, Stress, du gehst auf der richtigen Arbeit, ne? Du? Ne, auf der, auf der richtigen Arbeit hast du ja nicht so einen Stress, weil da hast du ja, da kannst du den Leuten was an den Kopf hauen. Entschuldigung. Ja, ja. Du! Du nicht jetzt! Nein, ähm. Ähm, das ist, das ist halt so, das ist, guck mal, es sind, sind viele, viele reden nicht miteinander und dann entsteht sowas halt. Ah, alles gut. Aber... Es ist das erste Mal, wir sind ja auch kein eingespieltes Team hier gerade, es sind alles Zuschauer, die sich hier auf dem Hof bewegen. Richtig. Auf dem Feld. Also rein ist Chaos, aber ich genieße es einfach mal, ich schaue es mir einfach mal an. Also bis jetzt, bis jetzt finde ich ganz gut eigentlich. Ja, läuft. Also dafür, dass wir so viele MTS sind. Ja. Äh, und so wenig... Dazwischen redet, guck mal, der Leon hat es leider nicht mitbekommen, was du da... Ja. Das Hilde mich nicht mag. Ne, Leon, du hast nur noch nicht zugehört, was Hilde gesagt hat. Äh, Patrick, nimmst du mal den Dennis hier aus dem Rennen, hier aus dem Channel und ziehst noch einen rein. Irgendeinen, der mit uns reden möchte. Bitte, bitte. Genau, ich, äh, ich, äh, erkläre das Leon mal ganz kurz. Leon. Ja. Der Hilde ist nicht böse auf dich, der mag dich trotzdem. Äh, es geht nur darum, dass wir immer zusammenzocken können und wir jetzt erstmal Platz machen für die Neuen, die da reinrücken. Ne? Da hast du bitte Verständnis für. Denn wir können ja jeden Tag zusammenzocken. Aber Community Day ist ja, ne, ich weiß ja, einmal die Woche und dann brauchen wir auch mal Platz für die Neuen. Dirk, ich kann dir nicht sagen, was mit dem Olli los ist, so. Also, ist noch Platz für weitere Spieler, Manuel Andres, herzlich willkommen, sei gegrüßt, viel Spaß bei uns, auf jeden Fall, komm rauf auf den Server, am besten erstmal in den TS. Und da steht alles weitere. Einfach drauf kommen. Der Nightbot schreibt dir die Daten. Alles weitere in der Videobeschreibung. Ah, Dennis, äh, ach Quatsch, Flory, dann lass es. Was sein? Da, wenn das da nicht klappt mit den... Werde ich auf der Seite. Ich. Wer ist ich? Wer ist ich? Der Patrick. Patrick, du? Ja. Okay, es war nicht der Olli, sondern der Patrick, der sie als erstes hier irgendwo hinlegt. Ja, aber auch nur, weil der Olli nicht da ist, ne? Ja. Ich habe mein Sichtfeld ein bisschen verändert. Ich müsste jetzt lügen, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe ein bisschen mehr Panoramasicht reingebracht. Ich weiß, was du meinst, das sieht ein bisschen anders aus als normal. Ich kann dir jetzt aber die Prozente gar nicht sagen aus dem Kopf. Oh, schade, Sandra. Nur PS4, das ist schade. Sonst wärst du jetzt recht herzlich eingeladen. Das ist gut, Roblox. Vielleicht versuche ich es mal mit einem Heckkran. Wo liegst du denn? In Richtung, wo ist denn das? Da, ich schade mal hier rein. Was ist das so? Bei der 6? Patrick, genau so schreibt sich die Chaoten-Army. Aber wenn du rein schreibst, einfach nur Chaoten, findest du unseren Server auch. Hier. Hashtag Mundbefeuchtung. Danke, Eistee, sehr nett von dir. So, ich komme wieder hoch. Ich stelle mich unter den Häcksler. Oh, ich fahre aber auch, als hätte ich gesoffen. Sollst du lügen? Wer? Du. Ich? Ich lüg nicht. Saufen, gute Idee. Wo ist mein Kaffee? Mein Kaffee wäre jetzt ganz geil, ja. Der Olli, der kommt gleich. Vergessen zu machen, mein Kaffee. Danke, Schnitzel. Gucken, ob ich nicht... Äh... Aber der kommt noch. So, wir geben Storff hier. Da ist der Hilde wieder. Ja, Upe geht schon mal nicht durch. Gucken, ob ich nicht angehoben kriege. Hoffen wir mal. Ich kann ja mal mit dem Heckkrank versuchen, warte mal. Wo liegst du denn, Patrick? Ah, geht das? Ah, Lisse. Ach so. So, oh, wer steht denn da schon drunter im Mensch? Boah, ernsthaft? Muss ich hier jetzt noch warten? Oh, jetzt liege ich auch auf der Seite. Das war diese Bordsteinkante. Die war das. Was, du liegst auf der Seite? Hm. Ja, auf der Seite. Der eigentliche Seite der anderen hängt fest. Ich hing nämlich fest hier, wo ich... ...auser Patrick helfen wollte. Ja, warte. Ich kann mal kurz mit einem Engel. Bin vorwärtslich, äh, hochgekommen. Und wollte Rückwärtsverfahren. Und das ist hier so... ...durch, wenn wir den Graben haben. Da häng ich da erstmal schön über den Graben. Ja, kann einer den Schnitzel noch hochziehen? Ja, mach ich jetzt. Moment. Scheiße. Siehst, wo ich hänge? Ja, ganz unten. So, haben wir hier irgendwo noch so einen Rückkehrteil? Da. Ich versuche mich jetzt mal hier mit. Ich versuche mich jetzt auf jeden Fall mal hier mit. Da ist das Schnitzel. Das Schnitzel. Moin, Moin. Moin, Moin. Manuel Anders, ja, ab. Platz, das ist noch. Wenn Chris ist das möglich, noch einen zweiten Tag mit Frau Aller zu besorgen. Klar. Mal lieber vorwärts, Flori. Willst du den Schräger? Christo. Denn es hier oben auch, wenn ich habe, war die ganze Zeit, dann ist ein Trecker mit Frau Aller. Ja. Jetzt muss ich auf die Seite gucken. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, ey, das ist aber auch. Nee, ich hänge noch fest. Steht da. Ja, versuche ich nochmal mal. Und ente höchstens Mut. Ah. Ah. Soll ich euch da mal hochkommen, soll ich euch nachher irgendwie helfen? Ich komme hier nicht rüber. Wie funktioniert das mit dem Gerät nicht so gut, ne? Wir brauchen noch einen, der mit dem Kran die Seiten da mal reinzieht, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Das hängt schon wieder fest. Ja, aber das war mittig. Gib dich jetzt mal von hinten, damit du vorwärts rauskommst. Also für den Patrick, äh, für den Patrick, für den Dennis ist der Dings noch unten. Ja, ich hole ihn gerade hoch. Oh, jetzt ist was los. Wir brauchen mal hier oben Hilfe, Leute. Ich habe gerade noch gefragt, da hat keiner was gesagt. Ah, doch, ich komme am besten. Hast du den Hilde? Patrick kommt raus. Was, womit denn am besten? Dann komme ich mit dem Radlader eben hoch. Ich glaube, wie kriegst du jetzt denn? Ja. Doch, jetzt klappt das, ja. Ich hole euch mal die Baumstände bei der Hände, ne? Oder irgendeiner hat mir meinen Radlader geklaut. Ja, jetzt. Eigentlich bräuchten wir noch einen, oder? Ja, kaufe ich noch einen, ist doch kein Problem. Ich bin frei. Boah, duwe Baum. Nee, da, schon da, Dennis. Oh, ist das ernsthaft? Oh, Chris, du hast 500 Abos. Jo. Glückwunsch. Hat gerade der Florian Leake reingeschrieben. Traktoren sind cool, danke schön, jo. Och, Leute, ey, der ist doch nicht mehr normal hier. Habt ihr was gefragt? Hängst du wieder fest, Flori? Ich hängst du wieder fest, ja. Och, Flori, was machst du denn da oben? Ja, also, ich bin heute irgendwie, ich als hätte ich gesunken. Gleich kommt der Olli, ja, dann bist du ein Löst. Ja, dann macht Olli das. Aber ich frage mich gerade, wie ich hier fest bin. Wo, wo, wo seid ihr denn? Ich bin nämlich gerade mit dem Radlader unten am, am Händler. Richtung 6 hoch, also nicht zu euch, sondern zu einem anderen Platz hoch. Ja, ich komme euch schon mal entgegen. Oh, der Zockerbrau ist hier unterwegs. Oh, Dennis ist hier unterwegs. Halt, 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 halt. Oh, was war das denn jetzt? Mach frei bar mit den Stammen. Chaos hier heute, wa? Dabei ist Olli gar nicht da, ne? Dabei ist Olli gar nicht da, richtig. Ja, aber du bist ja da, das reicht ja. Warum ist hier so viel Chaos? Wegen mir? Echt? Nein, wegen Chaos. Ach, wegen Chaos. Wegen Zockerbraut. Oh, guck mal, er rafft es hier nicht, er will. Nimm dir doch einen Stamm. Da hat er, hat er? Da hat er, hat er? So, hier steht ein Anhänger. Patrick und Flo. Der Anhänger ist von mir. Jetzt fahren wir wo. Kommst du raus, Flori. Komm, drück ihn. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sagen, wir müssen fest. Und deswegen wird es ein Händen fest. Warte mal, ich komme. Versuche ich aber nicht. Jetzt haben wir es hier. So, Fischko und Dennis, ich ziehe euch das mal weiter hin. Ich glaube, wir haben mehr eine Hände von euch nicht. Ja, ich bin raus, ja. Danke, Patrick. Du bist befreit worden? Ich bin frei. Ja. Ich bin frei wie Bumi. Wie lange? Manuel Andres, Chaoten-Army, dann findest du uns. Ja, ich habe mir gefunden, aber ich komme nicht drauf. Er sagt, ich bin immer noch drei Worte, ob ich sie alle geladen habe. Dann musst du die nochmal runterladen oder packst sie nochmal in den Mod-Ordner. Das kann sein, dass die da rumspacken, das LS halt. Was denn? Kann ich das verstehen von Ice-T? Ich glaube, ich weiß, was Ice-T meint, ja. Warum? Wenn Oli auf, also er meint Oli, wenn Oli auf TS kommt und er hört die Zockerbraut, dann kann er nicht mehr arbeiten. Warum? Äh, dem stimme ich zu. Ice-T kennt den Oli schon. Patrick. Ja, wenn der so wie eine Engelsstimme hört, dann ist er gleich, äh, dann ist er nicht mehr arbeitsfähig. Das muss irgendein Gen sein bei ihm. Dann ist er völlig abwesend, ist er dann. Ja, dann fährt er hier, also auf dieser Karte fährt er überall hin. Und fällt auch überall runter. Dann sagen wir mal, wie es ist. Dann sagen wir mal, wie es ist. Ich, Oli, glaube ich, am besten. Ja. So, Patrick, guck mal, ob unten noch einer ist. Wenn ja, dann setzt du bitte den Schnitzel raus. Nur der Dennis im Gaming-Raum 2 drin. Okay, ja, dann kannst du eine Ali hierbleiben. So, kannst du Dennis hier nochmal runterziehen? Dennis hört uns eh nicht zu. Der kommuniziert nicht mit uns, warum auch immer. Kommt gleich raus für den Arsch. So. Müssen wir auch kurz rausfinden, was der Problem ist. Wären die Holzstämme ja, weil die so eine Rampen ausgekippt oder wo? Äh, ja, zwischen den zwei Rampen da, wo das Gelb eingekesselt ist. Okay, gut. Boah, ich brauch jetzt echt mal was anderes. Weck dann schon. Ist das die Poltergabel für 3.800, die du da immer hast? Nee, ne? An dem Radlader, das ist sie doch gar nicht, ne? Doch. Haben wir nichts anderes mehr? Marcel, was? Marcel, was? Oh, ich kann deinen Namen nicht aussprechen. Vielen Dank für dein Abo und viel Spaß bei den Chaoten. Das war aber jetzt auch so schnell weg. Florie, lass den LKW da stehen. Oh, Mann, oh. Wollte eigentlich da vorne hinfahren zu Chris und so. Nee, du bleibst da stehen mit der Karre. Vincent, Pianon, herzlichen Dank für dein Abo. Willkommen im Club. Hoffentlich bereust du es nicht, du. Äh, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr so lange dauern mit den synchronisieren, ne? Oder? Man hat das also mal nicht drauf. Jetzt hab ich ja keinen Ton mehr. Mein PC wird immer langsamer. Ja. Das hatte ich aber auch noch. Wollen. Da hab ich auch mal kein Ton mehr gehabt. Moment, noch ein Fond klarer möchte er haben. Oder haben wir es schon eingehabt? Ja, dann muss ich mal eben kurz das Spiel verlassen. Du brauchst nur einmal die Ton, äh, im Menü, einmal die Tonsage verstellen. Die Lautstärke. Okay. Das siehst du den Stumpf hier? Warte mal. Aber ich kann ja nicht wegmachen hier. Ich suche gerade einen Teleskoplader. Da. Haben wir da auch so eine Gabel. Die Poltergabel. Ich versuch's jetzt mit einem Teleskoplader. Und zwar mit dem, den ich am besten umgehen kann. Mit dem hab ich Übung und da ist das auch nicht umgekehrt, oder? Oder ich hab mein, mein Dings erstellt. Schauen wir mal. Der war aus, der war aus. Dann bringe ich ihn erstmal einmal weg. So, was hattest du? Im Baumstumpf? Sehe ich da nicht. Der hier, oder? Hinter dir? Ne, ich seh da kein. Der hier. Ah, der? Ja, den sehe ich. Den kann ich nicht wegmachen. Okay. Ja, dann... Dann lass den Scheiß dort stehen. Der ist ja sowieso weit hinten an der Ecke. Das ist ja nicht. Hier, da ist Fisi. Ach, Florian fährt sich da fest. Keine Sorge. Ne, Fisi, pass auf. Die Beine sind gleich ab. Ich will den Baumstumpf mit hier. Ja, ich glaub's mir überfahren. Ich komm, ich geh drauf. Jetzt hast gebrochene Beine, ne? Ey, macht mir keine Arbeit. Wird ihr mich jetzt? Ich behör' nicht die ganze Zeit. Achso. Na, stell dich mal hier hin. Äh, ich wechsel mal den LKW. Ich steig' um. Gucken. Ich hätt's zwar gern mitgespielt auf mein Computerstreik rast, ich bin wieder weg. Achso. Alles klar, du. Hm... Mach's gut. Wo ist er denn, der Teleskop-Lade? Da hinten ist er. Muss ich laufen. Sehr gut. Philipp, ich tausche dir immer. Tommy, moooing. Ist der voll? Der ist voll, ja. Vor weg. alles da ich versuche es mir zu merken genau wir kennen den floh wir kennen ihn so es geht los ich habe jetzt endlich ein vertrautes gerät mit dem ich hoffe damit kriege ich auch die baumstämme da rein auch wenn er nicht ganz so viel heben kann hoch runter links rechts so hier ist das nämlich auch umstehende wieder wenig richtig rum endlich ja sehr schön gut so kann ich arbeite und nun geht's bretter alles klar war ja nur ja da war ja was du hast mich auf Facebook aber wenn du dann also das auch noch alles mehr ich hoffe ich komme da ich komme damit klar und auch auf Zockerbraut alles gut zur Not genau Zockerbraut oder sie ich bin ja die einzigste hier äh sie die Arte ist ja nicht klar Patrick ich mach dich voll ha 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 ja Tommi es ist noch Platz kommt ruft du reichlich Platz musst nur einmal das Package runterladen oder halt die Karte also das Mod Paket auf dem Server selbst ändert sich ja nie nur die Karten immer das heißt wenn ihr das einmal runtergeladen habt mitgezockt habt könnt ihr beim nächsten mal auf einer anderen Karte immer wieder mitspielen weil wir hier nur die offiziellen Sachen drauf haben oh Mann der Weg so ich mach jetzt die Feinheiten ne ich hoffe ich krieg das da hin so wo sollen denn die Hackschnitze hin die kommen da unten auch hin wo die Bäume sind nur hinten in so ein Lager das siehst du das ist vorne gelb abgetrennt ja im linken Bereich Flory das ist so ein Rondelle Fisi nix zu tun oder wat? da sind die Baumstämme da sind die Baumstämme so ich probiere das ganze mal aus der innen Ansicht oh ich krieg das hin fehlt ja das das die Entfernung schätzen ist immer ja jetzt andersrum und sitzt die Enkie gleich jetzt habe ich ihn jetzt habe ich dich du du kommst mir nicht mehr davon oh vielleicht sogar doch hier ist ein Baum so wir sind ja jetzt so viele ne wie wärs weil die ganzen Klamotten stehen ja hier dass Patrick ich und noch irgendeiner mit hochkommt auf die zwei oder ist das die sechs? wir sind auf die zwei dann ist das die sechs weil dann habt ihr hier unten mehr Platz und wir oben auch was machen gut Mike Mike Rampke danke für dein Abo oh Entschuldigung Chris alles gut dann düse ich schon mal da hoch dann wäre doch cool wenn irgendeiner mit dem mit dem Trecker mitkommen würde Nico Hofbauer bei uns auf dem TS kommen in den Channel reingucken in der Beschreibung da steht alles drin das geht am schnellsten dauert vielleicht zwei drei Minuten dann bist du fertig dann kannst du mir zocken so komm ich da dran vorbei ja sieht gut aus ne oder doch so dann warten wir noch auf den Fischkorb dann probier ich da auch mal was reinzulegen nicht zu gehen ach du scheiße was meint denn kommen die haxnitzel in das gebäude rein oder wo ich bin die durch gott bisschen für die frage dass ich jetzt im kreis was versuchst du da gerade ich versuche das gerade hoch zu machen hat er jetzt die gabel aufgemacht ja warte warte mal jetzt flori ja ich komme mir mit dem radlader gerade auch wirklich noch ein bisschen was ich fahre mal hinterher so jetzt gehen wir zählen hier und verheiratet und falls geht aber das ding finde ich nicht mann bitte nicht ruft danke leon sehr nette worten geld vielen lieben dank danke bitte so und sollte sollte der ollie jetzt auch ein stream anknallen dann wäre schön wenn sie wenn wir uns dann aufteilen würden ja da kann der ollie ja mit hochkommen oder ja doch das kann er aber ich meine hier im chat beziehungsweise im tss bis jetzt so alles ruhig isha noobs 2.0 willkommen ist doch ganz gediegen hier richtig noch ist ruhig ollie hat ja auch noch kein stream angeschmissen und ollie hat ja auch die britta noch nicht gehört wie der robin so sagt richtig jetzt ist schon wieder rot ollie darf ich vorstellen britta engels gleiche stimme willkommen britta so jetzt hat sich das mit den holzfällen dann auch erledigt ich krieg dir nicht gegriffen hier du also wieso kriege ich dich nicht gegriffen weil die turnen mit dem innenladewegs werden schnell bin da muss ich mir jetzt ein trick einfallen lassen oder was die wahrscheinlichkeit seit dem morgen auf arbeit ja nein und die ich aber da ne bin da ja und von 2 post du bist ja wie der fieste schick den ollie und wunderschön wird als wie ich wird man nicht komisch da ist auch noch ein dicker stamm hier das kriegt er doch hin die dicken dinger schafft er doch oder fisch kommt sollte er wer kommt denn jetzt mit hier hoch ich bin schon unterwegs ok und dennis kommt auch noch ein ladewagen was ne den hat patrick wir haben hier oben nur hackschnitzelkarre und häcksel und sowas alles also das gleiche was unten steht hast du kraftsport doch da hebt er den ganzen stamm an kommt noch ein stamm oder auch da fehlt er hast du es gesehen aber er ist noch eingefallen ich drücke mal durch machst du schon dankeschön sehr nett sehr nett so was haben wir hier noch liegen haben wir da noch große stämme da hinten so ein dicker da passt auch rein glaube ich der kann der auf dem trecker auf dem lkw rauf der passt auch rein kriegen wir noch hin hier nicht wahr britta nein alles gut das ist aber klacks oder was jetzt kriegen wir den dreh hier langsam raus Thomas Schulz moin soll ich gleich weiter singen herzlich willkommen ja wenn wir die aber häckseln wollen alle dann schneidet sie auf vier meter ich auf acht häckselt sich besser habe ich jetzt alle baustum zu essen ja ich muss auch sagen also ein bisschen kleiner ist besser ich mache es auch vier meter denn ich kann sowieso nur die dickeren anheben hier weil die so klein ist franz kommt auch gleich schön das ist schön Mensch boah der nur nicht rot oh ich muss großartig nicht ich abrufe ich sehe mich vor Moment geht gleich los das ist das klingeln im kopf Flori ich bin dran ich kann die Entfernung immer so schlecht einschätzen du na 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 ich bin bei dem aber die gab ich habe jetzt deswegen wer sonst zurückgefahren ja oder so doch drück rein den stamm und dann ist gut ne oder was okay dann mache ich jetzt erstmal ja 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 ich sag jetzt mal kurz über die alles da mag der lader nicht so ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr die sind zu klein da sind auch welche mal gucken ob ich hier mal ein paar mehr mit krieg wer kommt denn da Hilde das muss der Olli sein wenn ich mich nicht irre nein ne ist das nicht oh warum kommt warum kommt der denn jetzt schon wieder soll ich den Bann oder wie äh kicken nein ich hab den jetzt so gekickt was er dir gesagt hatte was sagst du gerade Hilde ich hab gesagt kicken also noch ist ja das Limit des Servers überhaupt nicht erreicht alrighty man ohhh ja grafikern hatte ich gerade ein Abblick deswegen dauert das schon besicht online alles ein Updater oder was ja ach er kriegt das nicht angehoben jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj machst du da den großen vor patrick in lkw denn den großen häcksel ja kann ich machen gut hast du eine sekunde ich kann auch selber und ich hole mir noch einen mit wandlader wie fischkopf den hat und mit dem anbau da das ist alles das wirklich die kleinen sachen nicht mit hier alles käse was für den klicken kippen Joko die deutsch Joko Joko möglich ich eile dabei dabei der Leila auch schon auf der Schuhe Prozent also haben wir doch ich gebe stoff die kiste fest nach jahren so bis zu füßen voll der ist voll ich bring weg ich bin voll so schnell ja es geht fix jo gerne tommy freilich die der mega stehe willkommen im club robin ja dass der ollie das von der ostsee überhaupt hierher geschafft hat ist verwunderlich mich wunderts auch dass er noch nicht im stau gestanden hat mehr und noch 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 wenn ja noch nicht ganz da kann jemand den franz nummer hochziehen ja danke danke wir knallt auf alle in den buchten und in der schule im baumfest hier user was mit dem da ist er malzeit soll ich den Thomas auch gleich mit durchziehen? Jo. Das ist Tommy Möcke. Tommy Möcke. Ja Tommy. Ey. Mö. Och, schau mal, ich fühlte ihn, ich, 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 also ich, hör dich auch. Wann los bei dir? Läuft? Entschuldigung, oder? Ich war schon wieder fest an Dauern, hier. Ich, ich mag nicht mehr. Moin, Manu. Grüß dich. Lebst du noch? Moin. Moin. Oh, ich komm gleich wieder hoch mit den Schnitzels und so. So, ich hör den einmal hier so. Stehst du halt auch bei Mecklenburg, ne? Ne. Nein. Das ist eine andere. Patrick, ich versuch mal mein Glück hier, ne? Das ist die Pazifik. Hatten wir laden? Ne, ich fahr den mal weg. So, sehr schön. Denk aber an die Spannworte. Ja, ja. Ich hab mich vergessen. Grüße hier. Mahlzeit. Moin, Moin, Stefan. Ne, das stimmt. Ich war eine Zeit lang nicht da. So, Finger Stefan. Fällt sofort auf, ne? Finger Stefan. Das ist Finger Stefan, ja. Ja. Ja, Robin, stimmt. Hätte ich auf Flory gesetzt, hätte ich gewonnen, ne? Was denn? Na, wer als erstes nen Abgang macht hier auf der Karte. Ja, Icke. Was warst du? Ecke. Ecke. Ecke hab's getan. Erstmal ein Lungenbrötchen hier. Fühlen die Mund, ja? Steht alles unten im Mitspieler. Livestream Channel. Einmal rechts in der Beschreibung lesen. Hm. Schön zu hören, Manu. Was musst du? Was zum Mundbefeuchten holen. Hashtag Mundbefeuchten und so. Oh, er zieht die Synchro durch hier. Hashtag Mundbefeuchten, ja. Er synchronisiert wie... Wie ein Irrer. Bah! Das ist echt krass, ne? Äh? Äh, was versuchst du da gerade? Ja, jetzt... Langsam geht's mir besser, Stefan. Und dir? Sag mal, Chris, warum hast du denn bei mir eigentlich... in der 1? In der 1? In deinem Namen? Bei mir? Mhm. Das ist der... Speicherspielstand. Der ist ja nicht von mir. Der ist von, äh... Hilda, die hat das hier gebaut. Äh, so. Mir habt ihr den ganzen Mist hier zu verdanken. Ja. Oh, wo häng ich denn fest? Baumstamm? Ich glaub hier ist noch ein Baumstamm, oder? Ja, da hat ein Stumpf vorgemacht. Ja. Ja. Ohhhh. Ohhhh. Deutz 1, 2, 3. Das kannst du hier vergessen. Wenn ich hier alles ausmache, kommst du mit der Kache keinen Meter mehr. Ohhhh. Kaum guckt man aufm Chat. Ich lieg schon... Ach, sagen sie alle. Ich lieg schon... Ich lieg schon... Ich lieg aufm Dach. Echt? Ne, nicht mehr. Gott sei Dank. Ich lieg aufm Dach. Da. Da. Deutz was du mir auch glaubst hier. Ich mach mal alles aus. Ich schenk mal rüber über den Hektar und dann machst du Mitterstücken draus. Lässt dich direkt in Hektar fallen. Da ist ein Fehler unten bei dem Motten, ne? Okay, Stefan. Jo, Stress ist nicht gut, du. Äh. Pas schon, ne? Der geht auch wieder vorbei. Okay, Stefan. Jo, Stress ist nicht gut, du. Was denn mit die Oli? Der ist so ruhig. Warte, einmal abräumen lassen und dann... So, jetzt steh ich so rüber und machst Mitterstücken einfach draus. Moin Tobias, okay. Bis für heute war der Mann schminken. Unten beim Mods Link ist ein Fehler dabei. Es steht nämlich, dass das die Mods von der Mecklenburg sind. Ja, das ist auch von der Mecklenburg. Nur, dass da halt die gleiche Map und alles drauf ist. Da ist kein Fehler. Ja, nur weil da Mecklenburg. Heinoah1, vielen Dank für dein Abo. Und viel Spaß bei den Chaoten. Ach, Oden-Truppe ist online. Oli mit Pillenblau, genau. Handy gibt Impro. Alright, man. Der Oli kommt. Er scheint. Ja gut, er scheint, er scheint, er scheint. Boah. Moin Sarah, Moin Simju, Moin Florian, Moin Lu Genossen. Martin, ich grüßt euch. Erzähl, willkommen. Ich bin Benolting, hi. Moin. Torge, grüß dich. Jo. Geht jetzt ab, die Leute. So, geht das hier. Jo. Dirk, bleige grüßt. So, was kann ich machen hier, sag an Leute. Ohne Sonne. Tobias Lp, vielen Dank für dein Abo und herzlich willkommen bei den Chaoten. Wir sehen, wie schön das geht. Ich sag nochmal allen herzlichen Willkommen. Heute leider ein bisschen später. Ich bin bisschen lange unterwegs gewesen. Die Fahrt war doch länger. Das ein bisschen länger hier gebraucht, ne? Richtig, also zwei, zwei, drei Stops musste ich noch machen unterwegs. Mal eine Pipi-Pause. Ja, ja. Richtig, richtig, richtig. Inkontinenz. Manu, das, äh, sonst, äh, sonst machen wir auch, äh, das ist heute nur eine Ausnahme mit dem Forst. Ansonsten mehr Landwirtschaft. Ja, das ist heute nochmal so. Wenn ich Inkontinenz hätte, würde ich ja keine Pausen machen brauchen. Er stimmt auch, ja. Das kannst du mal machen. Robin, das kannst du mal machen, ob er wirklich arbeitet. Oha, Stefan. Das ist, äh, ganz schön viel in letzter Zeit gewesen, ne? Was denn mit Jenny? Willkommen. Aber das ist gut, dass du mit deiner Mutter wieder vertragen hast. Die ist eine gute Hilfe. So. Alles gut, so. Mach da jetzt den Stumpf weg hier. Ja. Ich bin das ein bisschen in den Stumpf. So, ich glaube, ich mag auch einen Abfahrer hier, oder was haben wir noch? Ein Fahrzeug hier? Abfahren. Steh auch nichts. Steh auch nichts. Steh auch nichts. Seid ihr da unten auch wieder am, 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 am Bäume abmachen? Komm, SCB. Moin. Ja. Ja. Boah, jetzt fängt das nämlich an zu lecken hier, wie bekloppt. Es geht aber. Also hier liegen jetzt zwei, drei vielleicht. Die haben gerade erst angefangen. Gut, dann. Ist gerade losgegangen und, äh, das... Erbraut. Hechselt die gleich weg, das ist ganz gut. Ja, Manu, musst du machen. Ey! Wuldiger. Warte, ich schieb ihn hier hinten drum. Bist, bist, bist du nicht mehr bei dem anderen? Manu. Der ist gleich voll. Guck mal. Ich komme mal, achte dich herangefahren, Florie, hier zum Abfahren. Ja, den du machen, du... Ich, äh, ja. Weißt du, den machen? Moin, grüß dich. Ja, der guckt jetzt, ob du arbeitest. Oli. Wer? Äh, der Robin. Da ist die, ja. Ah, ja, kann der machen. Booter und Play. Mach deine Meldung. Ja, kann der. Voll an Arbeitstier, Mann. Ganz blöde Frage. Die Prozentanzeige beim Lkw unten, heißt das Beladung? Ich bin voll, ja. Kommt drauf an, in welchem du sitzt, wenn du einen Kipper hinten dran hast, ja. Mit den Baustämmen. Oh! Ne, mit Baustämmen, wenn da unten 100% steht, das ist die Auslastung von deinem Lkw. Ja, Oli und Bremen. Siehste, Robin? Habe ich mir fast gedacht. Ja, ja. Was ist mit Oli mir, hä? Ja, da war das mit uns, hä? Was ist da los? Was ist da los mit den Fahrzeugen? Wieso bumsen die da immer? Au! Ich kann flirten und arbeiten. Willkommen, Dennis Hilbert, grüß dich. Ich kann flirten und arbeiten. Wo komm ich gerne erstmal hin hier? Oh mein Gott. Ähm, Manu. Alle durch? Bootabläger. Autorität zu respektieren. Äh, was sollen wir das sagen? Patrick, was los mit dir? Die Cam halten hier, ne? Sieht man das? Jo, sieht man, alles klar. Ne, schön hier, ne? Was hältst du in die Cam? Welche Tasse? Kappebecher! Ah, den guten von der Beade? Den hab ich auch schon reingehalten. Da freu ich mich auch morgen drauf. Der nächste. Ich hab nur einen noch nicht. Ich hab noch keinen. Geh euch. Doch, Florian, Sarah, jetzt ist Schluss, da. Alles klar, ich hab da mal hier. Kein Stress. Noch können ich noch so lange. Sieh mir da zanken an mir. Ja, Flo, das, äh, Flo. Äh, Manu, das kann ich. So, erstmal ein paar Gummibärchen reinschieben hier. Ja, mehr Gummi als Bärchen, ne? Ne, hier, ne, hier so schön Haribous und so. So, ich hab noch ganze sieben Minuten. Hast du? Danach verabscheue ich mich. Echt, den Bär uns aber bald wieder. Aber nicht so schnell. Alles, alles Gute wieder. Also Hilde, dein Päckchen ist unterwegs. Ja. Was mit meinem Bärchen? Du kriegst keinen. Oh, jetzt wird hier ruhig geblieben, Sarah. Lehn dich zurück, genieße die Schuhe. Äh, Fisi, die müssen unten... Warte, jetzt muss ich kurz... Da unten, wo dieses Mal, wo Tommy und Florie rum bummeln. Das heißt, da den Weg raus, rechts runter und dann fährst du drauf zu. Wenn dir schon keiner aus deinem Team hilft da unten. Das weiß ich noch nicht, der Mann. Was sagst du, Olli? Der dich hier nur mal langsam weiter beladen, oder? Habt ihr keine Lust mehr, mich zu beladen? Hau da keine mehr Hackschnitze rein, oder was? Ich sag's ja, du. Moin, WRP, grüß dich. Boah, mir geht's gut, Tom, und dir? Hoffentlich auch. Ich wollte gerne reinkommen. Das freut mich, Manu, dass du mir gerne zuschaust. Oder Leon, der Baller, die aber weg, die Sachen war. Ja, wenn er geht, dann auch so geschickt gewesen wäre, wie der andere. Das ist doch gut, wenn er so arbeitet wie ich. Wer arbeitet so wie du, Olli? Was mache ich? Du habe das genug, wie ich. Also gar nicht. Oder was? Oder wie ich meinte. Wer hat das gesagt? Hast du gerade nicht mehr gedacht? Bin ich auch so abgelenkt? Nein, bin ich abgelenkt. Ich bin voll bei der Sache. Ich bin voll konzentriert. Das ist alles. Ich bin nur voll konzentriert. Boah, also, erst krieg' ich hier Schlager nacken weil hier die Drechselmaschine die die, bald gesagt, weil ich sage, schieb- und die Brille hauelle Gasse-Ding, fast von Hof hier. ich hab's gewusst ich hau zu weit ab hier soll ich mal ein bisschen was rücken ja das ist bei den ganzen chaoten hier ist das normal die wollen alle sehen wie wir zu tun haben deswegen haben wir so viele zuschauer richtig ich habe ja nichts zum gasbären hier oder haben wir noch irgendwie so einen baum ey kannst du mal den trecker da stehen lassen brauchst du den? ja ich dachte ich kann dir hier ein bisschen helfen jetzt ach du willst mir helfen? ich möchte Oli da nicht im Weg stehen Beate und die auch? äh Patrick da kann ich dir dann auch nicht helfen du musst einfach auf deutschland 1 gucken und dann findst du das ich steig jetzt einfach mal ab, die Arme hier noch irgendwo da hinten haben wir noch was wieso Manu jetzt langsam fahren? ich fahr die ganze zeit langsam ich komm jetzt rein gestreamt ach jetzt auf die diese blöde was hab ich mir jetzt für ein Teil genommen hier? das ist nett Manu oh wer kommt der Hinger? ich synchronisiere ich schwere du bist wieder da erzähl was war los da drüben ist Oli voll dabei? ja logisch du arbeitest ich steh rum ich geh auf der richtigen Arbeit Oli steht nur rum und arbeitet nicht der schaut der Britta nur nach wie an der Ostsee ja alles klar war mir schon fast das war mir schon fast klar Oli auch nur fast klar gut der Oli macht nichts das ist nichts neues aber dass er der Britta nachschaut oder stand da jetzt Beate? ne Britta steht da sehr gut Jenny was meint sie Jenny wär auch noch hier auf dem Server die Britta ist die neue Beate wo sind die eigentlich? die Pant sein Glück die Real Beate Pant Oli oder was? die Real Beate Pant Oli oder was? die Real Beate Pant Oli oder was? die Real Beate Pant Oli funktioniert ab kommst du hier den Stream das ja nicht hochladen ne? warum nicht? natürlich dann dürften wir das dann dürften wir alle den ja nicht hochladen ja wirklich Oli was zahlst du? Oli wir müssen noch mal reden ja Mange Auer das ist eine eigene Geldfrage ja weiter runter das ist schon mal gefallen Oli Oli wir machen das ganz einfach schick die Seitenkonsole einfach direkt zu mir weiter dann lade ich den nicht hoch wie funktioniert denn dann alles? sie ordentlich zu kompliziert hier bitte so Leute ich mach mal einmal kurz immer kurz AFK jo was steht die Finger danach? er heißt nicht Holger ich würde sagen ich heiß nicht Holger ne ne alles gut ich denke es ist nicht zu kompliziert hier dann ist ja scheiße mit der Maus was ist denn mit unserem Dennis los? ah hat er keinen Bock mehr? er ist irgendwie AFK das hat er geschrieben oh ok klar Slextion Moin grüß dich so wie viel hab ich denn hier? so ihr habt doch hier gerade alles rein geboitzt wieso drückt er den ja nicht nach? äh äh ist der Häcksler noch nicht an? ah scheiße doch 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 wo bringt ihr das ganze Hexe gut hin? zum Händler er sollte mehr hängen ja mach Patrick ich fahr mal den anderen weg ah jetzt läuft er durch jetzt aber jetzt aber jetzt aber herzlich willkommen bei den Chaoten willkommen im Club durch ich hoffe du bereust das nicht oh hab ich auch nicht Jenny ach da kommt der Tommy so jetzt gehts hey wie gesagt oh man geht's wieder gut aus hier? da ist Tommy äh lass uns gleich erstmal hier oben wieder aufräumen erstmal aufhören und bezahlen ja wieder aufräumen hier ok äh äh Patrick doch ganz normal Deutschland und dann müsstest du uns finden wenn du Chaoten eingibst ganz normal richtig ja geht's euch all gut ja hoffe ich doch mal der nächste der nächste los da voll poli marcellis wolle ist du kommst der schnort rein tv play moin viel spaß beim zuschauen herzlich willkommen hobby gärtner moin willkommen mod findest du im TS yes jetzt kommen schon die hobby gärtner du ja ja hat man doch so gesagt die pflanzen die bäume die die bäume neu ja genau ihr pflanzt gleich die bäume und wir hauen sie wieder raus jonas moin willkommen viel spaß ich muss mir gleich mal was zum mundbefeuchten holen ja bitte komm doch groß ich denn nur dann mach das bitte mal den habser ne eigentlich sollte mir noch was kommen stefan burghardt moin patrick ziehst du den marcell mal bitte hoch der ist unten ja ich muss wieder von der seite gucken nur ich kann er wieder nicht hier und wenn ihr hier bei uns auf den ts kommt tut mir bitte einen gefallen und benennt euch wie er im chat heißt dann erspart ihr euch viele fragen ja das ist der marcellus holis felix der ls zocker moin moin bitte wie klinge ich mit meinem neuen headset schlecht echt ne ne alles gut so hau mal voll hier mein anhänger hier oh wenn das der ollie sagt ne wenn das der ollie sagt ah das war gut martin ne hab ich nicht überlesen du übersehen 146 patrick moin welchen filter wir haben gar keinen ähm hobbygärtner ja ich zock mit den chaoten ich bin einer von den kaputten richtig eine mit der größten kaputten ja warf meint der ober kaputte du äh martin ist doch gar nicht da oder ist er bei dir gerade ja der ist bei mir achso ja alles gut martin wer synchronisiert denn da wieder gibt deinem hamster maus zu essen ich bin da genau ja das ist super wenn es bei dir nächste woche los geht hat mein Wecker sich aufgehört? nein der läuft noch alter ich war ich schock ich sehe da so einen piepel der läuft so die ganze Zeit auf die stelle ja wart vorhin auch der guckt der dritter hinterher ähm ich bin genau der fischkopf war das der franz der franz ja das bin ich war das auf dein gamemap pc oder wat der ich? ne martin äh patrick wir haben keinen filter drauf du musst einfach nur die mods runterladen ausm TS und dann kannst du drauf kommen deutschland 1 und dann chaoten army eingeben und alles gut boah lecko mir ja durch die synchronisation ist es im arsch ja hobbygärtner hast du definitiv also siehst du ja hier ne wir sehen den wald voll lauter bäumen nicht so ja fertig so jetzt jetzt nochmal ganz kurz wenn euch das hier gefällt lasst ein Daumen da und ein Abo würden wir uns auch sehr freuen und unten in der Videobeschreibung egal bei welchen chaoten ihr seid beim Olli beim Chris bei mir beim Scorpion Flo da sind wir alle unten drin verlinkt dann könnt ihr mal gucken was die ganzen anderen chaoten machen und ja wie gesagt drückt euch die Daumen wund und der Olli soll aufhören der Britte hinterher zu gucken ich wusste dass sowas kommt ich wusste darauf hin erstmal ein Lungenbrötchen ich habe aber noch 16% Zeit 16% ja der wird voll und wie auch Witz vielen dank für dein Abo du ich mach das wieder so kompliziert hier du oh lecko der muss die Britte dann aufhören mit dem Hintern so zu wackeln der guckt auch mal und auch nicht Leon wache erstmal wieder ab jetzt dass wir hier erstmal aufgeräumt kriegen Patrick Entschuldigung Marcel ja kannst du mal eben bitte bei mir in den Chat gucken ah ok hat er genommen naja hat er es erledigt hat er genommen oh ich lass es jetzt liegen ok was ist michael grüß dich willkommen so jetzt erstmal ein Lungenbrötchen hier ich höre hier mein Lungenbrötchen seid ihr nur am rauchen oder ja ich hab noch 100% Zeit ja ich hab noch 100% Zeit ich hab noch 100% Zeit genau Manu ein Däumchen wäre ein Träumchen ihr macht euch das schön schön gemütlich da hier auf dem Abfahrer Dings da stehen und schön ein rauchen und gedießen die alle arbeiten ne ja ja und renner schön hinterher gucken Marvin moin ich bin voll ich bin voll ich bin voll ich bin voll ich hau ab du fischgaukern was machst du da so wo kommt denn das nur hin hier moin Fend714 und Franz Naumann moin äh ja das ist jetzt nur hier für den Multiplayer Dings dass wir für euch adäquate Sachen kaufen könnt da haben wir das Zockerbrauten so rumgeistern oder da muss ich hin super vielen lieben Dank äh Hobby Gärtner und vielen Dank an Francesco Stubner für dein Abo jetzt ist es aber doof wenn ich den Marzel hier voll Dan Daniel Lukas Hickele moin grüßt euch beide willkommen bei den Chaoten viel Spaß Flori du stehst am Ende im Magen ja wer hat die Maschine so schräg gestellt ich häng mit dem Trailer auf dem Bergfester nix kann er noch nicht mal fahren kann er sag ich nicht dass ich das war und Zockerbraut ja wir haben die Maschine mit Stiefen gestellt na das war ja klar wer bist du denn Thomas danke für Stopp da ist der Patrick ähm Tommy darf ich den Radlader wieder haben bitte aufhören Bäume zu fällen wir wollen hier erstmal aufräumen das dritte Mal jetzt diese Aussage beruhig dich doch erstmal jaa schreib ihm das doch mal ein ich glaub der hört uns nicht ich will ja ich will ja nix sagen ne aber ist das normal dass ich jetzt grade ein Deja Vu habe Ballzeit Goldkrieger ne jetzt muss ich glaub ich jemanden schreiben ich glaub der hört hat ne genau und ich schreib schon ja Kopf reinziehen dorthin hier genau und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren wenn ihr ein Abo da gelassen habt dann seht ihr mehr von uns Chaoten vielleicht wollen sie das ja gar nicht ja du musst mal wieder alles kaputt machen ne nein ich doch nicht gut gut sind soll soll ich den Wohnwagen kaufen Olli ich muss nicht sagen wenn du reingehst dass es hängt da hinten hinkommen irgendwie irgendwo oder hinkommen wo wird das hingeklippt nach unten oder unten warte mal ist ja gerade ein Foto unten ah saugen dann lehren das auch dann uns auf Müll wie gefühle unten vielen dank patrick so möchte jemand hier weitermachen thomas oder hat ja thomas thomas der oder thomas tommy ich bin da nicht so gut drin ich bin kein richtiger Förster auch wenn ich heute verlernt an habe heute ich nicht ist auch nur wieder Deko oder was ich glaube jetzt sind alle bei dir hier oben war Hilde ja ich ich sollen sie weil hier oben läuft das Reibungslust da unten ist ja eh nur Gaffen angesagt ich glaube wir haben auch das Maximum der Servers jetzt erreicht oder ja dezent ja dezent aber macht nix aber dafür können wir ja gleich mal durch wechseln noch im Notfall ja auch wenn das meinen Zuschauern vielleicht nicht gefällt aber ich werde auch gleich aufhören ich mache jetzt noch bis halb ne halbe Stunde länger wieder ja ok was was das x-mal fahrer ich noch grad von der Verte hm thomas kannst du da mal bitte wegfahren weil ich nimm dir da die großen Baumstämme weg und du kannst die kleinen hier in den Schredder hinter mir werfen oder hinter uns woher jutt jutt los los ja der Olli der Olli sabbert gerade der Olli der Olli sattelt sich da unten ein zurecht ne ich gehe deswegen hier mal kurz gucken jetzt muss ich das mal überbrechen das Olli Olli ich habe die Segemühle wie ist das los bei der Segemühle wo komme ich den Rotz denn jetzt so hin hilf mir mal ähm Franz 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 ich habe du hast bist du voll Florin nee Franz ich habe keine Cam weil ihr wollt mich gar nicht sehen Dichter anfahren weil jetzt Fischkopf hat gerade die Hexler ein bisschen verschoben ist hängen geblieben im Baumstamm so einmal kurz Leute wo soll ich da hin kippen hier um Säge weg ja da wurde hin gehört was was hast du denn hast du Hackschnitzel oder was ja ja Hackschnitzel ähm da hinten ist so ein kleines Silo so ein Bunker Silo wenn du von dir da oben runter kannst du so leicht links halten ach da hab ich gefunden so wer denn hier oben mal so lieb und würde einer für mich mal noch Bäume machen aber nicht alle auf einmal bitte Dino 22 grüß dich natürlich kannst du mitspielen einfach im TS die Mods runterladen ja Patrick äh dann komm doch einfach mal bei uns aufs TS da ist bestimmt noch einer unten der Zeit für dich hat und der hilft dir ich hab das mal ich hab das mal eben rein hier dass Leon so ein Zug kann Bäume machen ne Leon ist hier oben achso achso warte mal bist du jetzt auch hier oben oder was bei mir ich nö ne dann schick den runter zu dir ja mach das der normale Telelader steht hier oben wir haben einen beim Platz Nummer 2 den hab ich grad da den will nicht abkippen ah knackig ja ist auch drauf glaube ich da waren die Bäume hier jetzt schon alle soweit fertig ja ne was ist denn das Dreck denk ich hörst uns da an der Mond richtig das weißt du Herr Volli ja Manu werden wir auf jeden Fall und äh machs gut und halt die Ohren steif wir sehen uns und hören uns wenn nicht äh du kannst ja auch äh drück mal TS bei mir Manu dann kannst du mal bei uns aufm TS kommen dann können wir mal runde labern Leon gerade runter krass ey gerade runter ist gut Leon ja einfach auf TS kommen und da die Mods runterladen genau einfach runterfahren Sommel und dann äh abkippen da siehst du auch schon steht in so einem Rondell drin ja Fisi wartet auch dass er mal irgendwie ein paar Baumstämme kriegt Katja Holte Holte Moin grüß dich ihr dürft die Baumstämme nicht zu groß machen ja das ist Franz das ist weil die das nicht ganz verstanden haben die großen Baumstämme nehme ich die Zipfel könnt ihr nehmen oder sägt euch die nochmal zurecht wenn man einfach den Harbester nehmen würde den Baum wegschneiden würde und dann hingehen und auf einen Meter das nach hinten ja dann müssten wir aber mit zwei arbeiten weil ich hab hier acht Meter und äh ihr müsst wenn ihr euch da ein Meter Stücke macht oder sowas dann müsst ihr das machen aber wir müssen ein bisschen aufpassen wegen den ganzen Bäumen weil sonst leckt das gleich wie bekloppt wieder einmal kurz wie heißt die Map wo wir drauf sind Pacific Inlet Logging Pacific Inlet Logging PS ja müsstest du am besten haben Lukas F ja Moin kriegt das gar nicht mit was du hast gehubt hab ich mitgekriegt ja Manuel du bist herzlich eingeladen zieh dir die Daten und mach nimm die weg Thomas die Map heißt ist der Thomas mit bei uns hier oben Herr Dennis was machst du da Landwirtschaftsverfahren ja dann nimm du die die dünnen Stäbchen da weg und ich fahr dann hinten beim Patrick und hol mir die großen die Mots runterladen im TS dann kannst du mit rauf kommen ja und ich glaube nur das Limit ist erreicht von diesem Server Manuel machen wir sofort ihr müsst noch mal gucken ob eine Eingangshalle ist die wieder hochziehen können ja dafür müssten wir dann mal die die hier nicht so reden also wie Olli und Dings steck die mal runter Olli und Britta? ja ja dann haben die ihre Ruhe wir haben noch da einen in love habt ihr wen denn? was wo? warum erfahre ich jetzt erst davon Olli in love den kriegst du auf dem neuen TS kriegst du einen ja ja super Manu ah ja ja da auch noch ein bisschen Olli ich hab gerade 52% ja Julien Meissner das leckt ey das ist da moin oh nun geht er aber hoch hier ja die MAP die Pacific rausfass warte 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 inletlockend da oben sage ich alle alles klar alles klar ist ja hier der MAN noch frei ne also das ist der hier ist uns mal drauf hier ist uns mal drauf hier ist noch irgendwo ein anderer Sattel aber nicht hier ich steufe da werde ich oben bei Hilde gleich mal die Baume hey Stefan Baumstümpfe weg machen mach ich aber gleich ich will mir erst mal was zu trinken holen Chris zeig mal wo zeigen Neon fahr mal weg was soll ich zeigen? ich zeig dir jetzt erstmal so mal ganz kurz an das Team hier oben bei mir äh stellt ihr das mal eben kurz ein mit den ganzen Baumstempen stemmen äh sammelt lieber mal die ganzen kleinen Fitzel hier bitte ein hörst lachen auf Tom Silas moin mal die magst du mal bitte TS Daten reinschreiben oder sonst bitte hochscrollen da sind die jetzt müssen wir mal kurz was zu trinken holen wir sehen uns gleich in zwei Minuten wieder da tschöö tschöö wasche dir die Finger komm auf die Uhr ich bin noch drei Minuten ich hab ja wireless LAN Headset ja jetzt weg oder oder der PC schmiert wieder komplett ab richtig eins von beiden passiert ich schwör das mal nicht rauf ja Chris bist du noch da? ja für alle die da heute dazugekommen sind erstmal herzlich willkommen erstmal herzlich willkommen ja alle die da heute dazugekommen hab ich doch gerade gesagt ja ja das klang gerade so geil Katze HD ja natürlich kannst du mit der ist Hörberg ist voll dann übernehmen als er zwar alle einladen von der 2 3 4 6 8 10 12 12 12 12 alles klar gestoppt Elias Kammbacher Mo, ich wüsstig Oli lädt alle rein weißt du wirst du 16 14 84 wie mal ganz kurz wie wäre es denn wenn wir dann lehren den bauern so so schade wie es ist aber den entlasten jetzt gerade wir können nicht einen rauskicken den anderen nicht wir wir wechseln nachher mal durch aber das machen wir dann anders uns geht's gut und jederzeit mit uns zu zocken hast keinen hunger gehabt fischkopf ein platz ist wieder frei wieso ist fischkopf weg keine ahnung ja der ollie hat keine zeit dafür weibliche zuschauer das kann er gar nicht zuschauerin ja macht das man ist jetzt wieder platz frei auf dem server ja 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 kampf wird spielen ja ich muss ja erst mal warte mal ich mach das thomas ja würdest du mir mal eben hier die eine sand die eine seite mit ankippen dass ich hier über den pfosten kommt vom vom trailer ja wenn ich noch bin auf dem weg aber ich warte bist du da molly dein telefon oh nee alles sebastian da werde ich aber frauen werde ich nervös jenny hat ja wer denn jetzt wenn du er schaffst leise zu sein das schaffst du nicht leise sein hat was damit zu tun dass man nicht redet ja mike ramke wenn du mitspielen möchtest dann gibt jetzt einfach mal bei mir ein ausrufezeichen ts dann kommst du kannst du aufs ts da sind die mods und dann sobald wieder ein platz frei ist kannst du mit uns mit zocken Video super vielen dank thomas kein problem was machst denn da ich versuche ich wieder auf dich hinzustellen war es Olli oder was? fahr mal von der anderen Seite gegen den Drehchen richtig Gilean Zapf? Nein, ich spiele nicht auf Xbox, das ist alles PC Leon, der Bauer, dann komm jetzt mit mir, dann zeige ich dir wo du hin musst Es ist mir, Robin, leider auch gerade aufgefallen, dass ich auch schon anfange zu faulenzen, so wie der Olli Aber ich habe hier leider keine Britta hier oben Britta, du musstest mal hier hochkommen, ich wollte auch mal hinterher gucken Ich habe den Baum jetzt da umgeschnitten So, ok, Stefan So, das Kettensägen-Massaker beginnt jetzt bei mir, Olli Ne, Manu habe ich nicht Oh, Franz Sorry Da du kein Stahlkäfig drüber hast, wärst du jetzt, glaube ich, weg vom Fenster Komm, wir machen die Hand... Handlicht, die Stücke Und rein werfen Moin Felix, Billy... Billger Entschuldigung Oh, Mann ey Ey, da wird mir ja verrückt Freust du einfach den Baum auf mich Da wird's verrückt Aber wie? Da noch einen hochstatten So, es können jetzt Wetten abgeschlossen werden Der Leon ist hinter mir, wann er mich wegschiebt So, ihr habt jetzt noch ganze 6 Minuten, schaffen wir da die 90 Abos voll zu machen Das kriegt ihr doch hin bei mir, oder? Ach, tschüss Chris Hä? Tschüss Chris Bis später mal Ich glaub, so ein Rechner hat sich fast viel Mal wieder Ja Meike, doch, komm einfach TS-Daten sind oben Und dann kannst du einfach aufs TS kommen Zum Beispiel, ich bin jetzt gleich weg Dann kannst du Meinen Platz einnehmen, in dem Sinne Aber wir wechseln auch nochmal durch Oh, Mann Da fahr mal von der anderen Seite gegen, dann dreht er sich noch ein bisschen Ach... Ich würd jetzt fast nur sagen, bei mir ging's grad ... Oh... Oh nein, 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 nein Du solltest und nicht mich anfahren Ja, nein Ich schupe leider nicht die Schwung Ja, guck mal, das ist schon besser aus Irgendwann muss es ja passieren Der Rechner kackt ab tschüss Felix ich liebe es ich liebe es ich liebe es oh, wo kommt denn Dana? so, jetzt muss ich gleich nochmal synchronisieren ja, ja, ja das ist warm na, ok so jetzt 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 nochmal was in eigener Sache morgen sagen wir mal ab 19 Uhr werden Chris und ich nochmal einen Livestream raushauen oh nur dass ihr bescheid wisst das morgen ab, was sagen wir Chris? Chris? 19 Uhr, ne? so wieder da werden wir einen Livestream nochmal raushauen für euch und, ja, dann gucken wir mal also wenn Tomsche drauf gekommen ist jetzt, dann haben wir auf jeden Fall noch Platz aber versucht einfach euer Glück ich brauche noch einen Platz ich brauche noch einen Platz oh, fuck, super Pazar, das ist der K.O. ich weiß nicht, ob du schon mittlerweile drauf bist in der ganzen Zeit du musst mir mal ein bisschen für Platz für mich sorgen Manu, machen wir beim nächsten Mal kein Problem so, was geht du hier ab? kommst du nicht auf? nein, 14 ich will aber jetzt einfach einen kicken aber Leon, der Bauer kann runter der Södername ist K.O.T. ja, warte Chris, Chris, warte noch eben kurz dann kannst du meinen Platz einnehmen weil ich fahre jetzt hoch und dann beende ich Machen wir das so der Chris zählt keinen Platz ja, das ist, weil ihr zwei einen belegt da ja, wir hauen ja gleich ab, Mann wir hauen ja gleich ab, Mann damit es nicht auffällt, dass ich der Brit da hinterher schaue wer ist eigentlich Godi? Godi ist nicht hier im TS oder doch aber nur im Spiel den könnte man im Notfall auch nochmal den Weg zeigen wow der ist so rot du bist rot zeigen ja, Mann ich hab mich schon ein bisschen entkleidet, also muss ich das aktualisieren? du musst sagen, wenn du raus gehst, ne? ja, so könnt ihr jetzt mal kurz leise sein, bitte? ja, wir sind leicht ab vielen Dank so, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wie gesagt, vergesst nicht morgen 19 Uhr der nächste Livestream von Chris und von mir unten in der Videobeschreibung findet ihr jetzt noch die ganzen anderen Chaoten wie Chris, Olli Scorpionflo und 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 wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis moin haut da rein tschöö